Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast, 25. Episode. Heute geht es um Patterns, Software-Patterns, Design-Patterns, Architektur-Patterns. Und wir haben einen Gast dabei, der Antony, hallo. Hallo immer wieder. Hallo, hallo. Ich bin der Dominik, Jochen ist auch da. Hoi, ho. Wir sind im Wintergarten, beziehungsweise remote, wie es halt sich für die Pandemie so gehört. Wir wollten noch sagen, wenn wir aufnehmen, heute ist der 20. Oktober. 2020. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Immer noch 2020. Ja, das zieht sich ein bisschen, finde ich, in letzter Zeit. Ich erinnere den XKACD, wo ein Zeitreisender nach 2020 kommt und fragt, welches Jahr es ist. Und er sagt, 2020. Ja, aber das wievielte. Ja, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Ja, vielleicht noch ein paar News aus der Szene vorweg. Genau, ja, was haben wir denn an News? Am 5. Oktober kam Python 3.9.0. Oder war das am 6.? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, an dem Montag irgendwie. Ja. Was released am 5. Oktober 2020. Oh, okay. Ja. Habt ihr alles schon geupdatet? Nein, ich hab mich diesmal nicht getraut, weil letztes Mal mir bei 3.8.0 so ein paar Sachen wie Jupiter auseinander geflogen sind und ich diesmal darauf keine Lust hatte. Mhm. Ich glaube, ich hab's auch noch nicht bei uns in die Auswahl mit reingenommen, aber wir haben eh immer sozusagen das komplette Portfolio von allem verfügbar. Hm. Ja, wir machen das bei 1 dann, 3.9.1. Ja, ich bin tatsächlich schon quasi zumindest mit den privaten Sachen umgestiegen, aber ja, das wird natürlich noch ein bisschen brauchen, bis sich das komplett durchgesetzt hat, sodass man es halt auch verwenden kann. Zum Beispiel mit Pandas gibt's halt noch keine Binarys und da ist das natürlich auch so ein bisschen hässlich, wenn man das irgendwie dann selber kompilieren muss. Ja, genau. Das heißt doch, im Bateau hab ich tatsächlich das in die Travis-Liste schon mit aufgenommen. Da kam auch jemand vorbei, der sich gleich irgendwie sofort beschwert hatte, dass es unter 3.9.0 nicht ging, weil irgendwas ist rausgeflogen. Achso, die haben im Async irgendeine API, die deprecated war, jetzt tatsächlich gestrichen gehabt. Ich glaub, die in 3.7.0 hatten so irgendeine neue API, um alle Pending-Tasks abzufragen, eingeführt und die, glaub ich, in irgendeinem Untermodul verschoben oder so, statt im direkten Async-Modul. Das war was, da musste ich dann irgendwie daher und in 3.9.0 war dann irgendwie die Abwärtskompatibilität von der API jetzt weg. Da flog's dann auseinander. Ja. Insofern, ja, ich hab's schon mal in der Hand gehabt, weil ich was... Was kriegst du denn Neues? Ganz viele spannende Sachen. Union-Operators. Was ist das? Was macht man damit? Ja, zum Beispiel ein Dictionaries zusammenschüppeln. Ja, ja, ich glaub also wirklich mehr als das, was man vorher auch schon mit Tappel-Unpacking machen konnte. Also, man schreibt halt irgendwie neuer Key, neuer, äh, also neuer Value und dann sagt dann hinten der Stern-Stern irgendwie das andere Dict, was man merchen will. So, ich glaub, wenn man jetzt den Pipe-Operator verwendet, macht's so mehr oder weniger genau das Gleiche. Ja, aber warum machen wir das? Also, ich hab's nicht genau verstanden. Ich find's irgendwie, weiß nicht, das ist das Erste, was ich Pice-Net so richtig hässlich fand. Nö, was fand's so hässlich? Ja, diesen Operator, diesen Pipe-Operator da stehen zu haben auf einmal für so eine Operation irgendwie. Och, ich weiß nicht. Ich meine, das wäre halt Mengen-Operations-Operator an der Stelle. Ja. Es ist halt ein Oder. Ja, das passt schon. Das passt schon. Also, das war vorher schon immer das Oder und wenn ich halt über die mengentheoretische Definition nachdenke, dann ist das halt genau das, was passiert, wenn ich halt die Oder-Verknüpfung von zwei Mengen irgendwie definieren möchte. Oder gleich, dieses Assignment, irgendwie ist das komisch. Naja, das ist halt so wie plusgleich oder malgleich. Ja. Das hab ich tatsächlich in Bateau benutzt, oder gleich tatsächlich. Auch Bateau hat ja so eine komische Syntax, wo wir plusgleich benutzen. Ähm, wo du irgendwie so einen Baum aufbaust mit Selfplusgleich und dann den Kindknoten. Und da gibt's nochmal ein Overloading für die Pipe, wo man dann sozusagen eine spezielle Form von Verkettung hat. Insofern finde ich das ganz cool, dass die jetzt auch die Pipe genommen haben. Da fühle ich mich in meiner Wahl von vor sechs Jahren bestätigt. Ja. Okay. Ja, also, ich glaube, also so, äh, was, es ist halt, es sieht halt, ich finde, es sieht schon besser aus, als wenn man jetzt immer mit den Sternen und Sternen steigen, da muss man mal so ein bisschen nachdenken. Äh, was denn jetzt, was man halt jetzt eigentlich, äh, genau machen wollte, ähm, ist ein bisschen hübscher, aber ist jetzt keine so weltbewegende, äh, Änderung. Ähm. Ja, das ist, ja. Und es ist vor allem, es erzeugt halt ja ein neues Dikt, ne? Ja. Also, ganz klasse, ganz klassisch war ja immer das Thema, dass du, äh, Dikt-Update sagst. Ähm. Ja, und dann macht das was anderes, als man denkt, ja. Das modifiziert dein Original-Dikt, und, äh, genau. Genau. Ja. Ja. Insofern ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger, was es macht, ja. Ja, also mein, mein Lieblingsfeature tatsächlich, oder die Lieblingsneuerung, meine Lieblingsneuerung ist der, der Pack-Parser, jetzt so, ehrlich gesagt, bin ich jetzt kein, kein, äh, Experte für so Parser-Geschichten, aber ich fand das schon eigentlich ganz, äh, nett, äh, was man damit dann eventuell alles dann zusätzlich so machen kann. Also, es hieß irgendwie so, ja, äh, das macht dann irgendwie neue Sprachfeatures einfacher oder so, oder, ja, das stimmt nicht so ganz, also, ähm, so wirklich viel einfacher wird dadurch nicht, aber es macht halt so ein paar Sachen, die bisher sehr hässlich waren. Du musst unseren Hörern noch mal kurz erklären, was überhaupt ein Pack-Parser ist, bitte. Oh nein, das wollte ich, das wollte ich eigentlich vermeiden, das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich. Also, es gibt halt diese Standard-Parser für, für so Programmiersprachen, also die meisten Programmiersprachen sind halt, oh, oje, jetzt kann man doch mal tief in die Informatik hinabsteigen, da gibt's halt so, ähm, so Programmiersprachen sind meistens, die Grammatiken dafür sind so kontextfreie Sprachen. Also, oje, ich seh schon. Ja, 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 genau. Ja, du musst halt auch noch ein bisschen sprechen. Und sogar eine bestimmte, äh, äh, bestimmte Formen davon, ne, so L1-Grammatiken oder so, das ist halt. Eine was? Lallere 1, L-L-R-1, äh, Grammatik zum Beispiel. Lallere, Herr Friedrich. Ja, also in dieser Form ist auch zum Beispiel immer die Java-Sprachspezifikation. Also das Erste, was ich in, sollte man sich im Studium, als ich mal angefangen hab, äh, irgendwie sollte man sich das mal kaufen. Hab ich dann gemacht, fand ich sehr langweilig, ehrlich gesagt. Das war ein sehr dickes Buch, äh, in dem stand halt die, äh, äh, komplette, äh, Sprache und halt Grammatik drin. Und da dachte ich schon, so was ist eine komische Abkürzung und das ist halt genau die, äh, die halt beschreibt, ja, äh, wie die Grammatik für diese Sprache aussieht. Und, ähm, wenn man, äh, das sozusagen in dieser Form notiert hat, dann kann man das in einen Parser-Generator werfen, äh, und dann. Der liest die Sprache und weiß, was der machen muss. Der, na, der, der gibt einem dann einen Parser, der genau diese Sprache akzeptiert. Mhm. Äh, 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 und das sind dann so Dinge wie, damit hab ich auch, das hat man in letzter Zeit, hab ich da wenig mit zu tun gehabt, früher ganz mehr, äh, sowas wie Jack zum Beispiel, gibt's da, äh, ja. Ja. Äh, äh, ist auch so ein rekursives Akronym, Justin, er sagt Compiler-Compiler, äh, dem kann man sowas vorwerfen und der, der spuckt dann halt einen Parser aus und, und das gab's dann immer noch, Lex und Bison und, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau. Genau. Und, äh, genau, damit kann man, äh, Parser generieren und die akzeptieren dann solche Sprachen und die meisten, äh, Programmiersprachen sind halt so irgendwie diese, diese Geschmacksrichtung von kontextfreier Sprache. Und, ähm, Python-Parser war halt so, auch sowas. Ähm, aber, äh, das Problem ist, es gibt halt so ein paar Features, die passen da nicht so richtig rein oder ein paar Dinge in der Sprache, die, 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 die funktionieren damit halt nicht so richtig. Und deswegen hat, gab's da sowieso schon immer so Ausnahmen und deswegen ist es halt bisher so ein bisschen hässlich gewesen. Ähm, also es gibt dann zum Beispiel, es gibt halt, ah, jetzt, ich krieg das auch nicht alles auf die Reihe, aber es ist, es gibt halt den, der Parser macht, nimmt halt sozusagen den Text, also irgendwie ein Python-Programm, äh, und, äh, gibt dann halt ein, äh, Abstract-Syntax-Tree aus und der wird dann von dem Compiler verwandelt in Bytecode oder so und da wird dann halt irgendwie interpretiert und das gibt dann halt so diverse Teile und, ähm, das Problem ist irgendwie, dass manche Sachen, äh, halt verteilt sind auf unterschiedliche Teile, also dass es halt nicht so ist, dass es, also bis, oder der, der, der Parser bisher, da bestimmte Sachen halt nicht so einfach damit parsbar waren und der ist auch handgeschrieben, also dass halt irgendwie, wenn man sich das, äh, angucken will, gibt's ein Modul, das nennt sich, äh, äh, ast.c oder so, äh, in Python-Source-Code, das ist der alte, äh, Parser, äh, paar tausend Zeilen handgeschriebenes C, äh, ziemlich fies, also, äh, genau. Und, ähm, der ist halt nicht automatisch generiert, was halt schon mal nicht so schön ist, weil das halt dazu führt, dass er nicht so richtig, ähm, konsistent ist und so und sich manchmal komisch verhält, äh, und, ähm, das Problem eigentlich dabei ist, wenn man jetzt, äh, sozusagen, teilweise sind halt Sachen, ah, ich krieg das nicht mehr richtig auf die Reihe, das war irgendwie sowas, wenn man zum Beispiel, äh, rechts neben dem Gleichheitszeichen, weil das Gleichheitszeichen ist irgendwie ein Problem und wenn man da mehrere Sachen stehen hat, also mehrere Dinge, die addiert werden oder so, dann muss das hinterher nochmal im Compiler umsortiert werden, weil, äh, das, der, der Parser noch nicht irgendwie ordentlich gemacht hat irgendwie. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwie so ein Problem hat, auch ein Syntaxproblem, äh, Funktion A plus Funktion B, rechts von einem Gleichheitszeichen, dann ist halt komplett unklar, wenn jetzt da irgendwo ein Syntaxfehler ist, wo der eigentlich passiert. Weil, äh, das ja dann schon einem erst im Compiler irgendwie um die Ohren fliegt oder so, sodass halt der einem, halt sozusagen der Python-Interpreter auch gar nicht sagen kann, wo der Syntaxfehler ist, was halt eventuell ein Problem sein könnte. So, wenn man nicht mehr weiß, wo der Fehler ist, dann ist halt schwer, den, äh, zu fixen und das sind halt so Hässlichkeiten, ja, so, dass man halt, äh, da diese, diese, diese Überprüfung, ist das jetzt korrekter Python-Code oder nicht, halt nicht an einer Stelle passiert, sondern halt über ganz viele Teile verteilt ist, ist das halt, sind manche Sachen halt einfach total hässlich und, ähm, äh, äh, ich hab, ich hab da so ein, ähm, äh, auf, auf, äh, Pod, äh, das gibt so ein Podcast, Podcast Init, ähm, da waren die beiden, die dieses, die den Pack-Baser hauptsächlich gebaut haben jetzt in Python 3.9, äh, zu Gast und haben da halt so ein bisschen was erzählt, was sie da gemacht haben. Äh, einer von denen meinte so, also, was, äh, User-Anfrage war halt so, ah, warum können wir das in, in WIS-Kontextmanagern, so, mit diesem, mit diesem WIS-Statement halt nicht einfach so machen wie bei Import. oder halt mit, ähm, ähm, äh, bei, bei Strings, dass wir da Klammern drumrum machen und dann haben wir mehrzeilige Dinger, weil mehrzeilige WIS-Statements geht halt einfach nicht. Ähm, und das hat er dann versucht umzusetzen im alten Parser und das ging halt überhaupt gar nicht. Also, er hat da irgendwie wohl eine Menge Sachen probiert und es ging einfach nicht. Und, äh, meinte so, ja, yes, jetzt geht es endlich, jetzt kann man das auch mit Klammern machen, das ist viel besser, voll gut. Ja, obwohl das wahrscheinlich nie irgendjemand verwenden wird, wahrscheinlich, ne, aber, ja. Ja, also, äh, aber das, äh, ähm, äh, äh, was jetzt oft erzählt wird, ist es halt irgendwie, dass man damit besser neue Sprachfeatures umsetzen kann oder so, das ist eigentlich nicht unbedingt der Fall, es ist halt nur so, dass es jetzt konsistenter ist, dass der Parser automatisch generiert wird und, ähm, ja, ähm. Ähm, das, äh, äh, ja, nee, also, äh, äh, ähnlich. Er braucht sogar mehr RAM. Ja, genau, also das war der Grund, warum man das früher nicht gemacht hat, äh, weil man braucht, muss jetzt alle Tokens im Hauptsprecher halten und das war halt früher ein Problem, heute nicht mehr so, äh, also, genau, er braucht einfach, äh, mehr RAM. Ja, irgendwie haben, irgendwer, irgendwer hatte, äh, auch was erzählt von, dass sie jetzt per Default sagen, also mehr als eine Million Zeilen in einer passenden Datei wollen sie jetzt bitte nicht mehr sehen. Ja. Okay, aus der Weise. Oh Mist, was war ich denn jetzt? Ja, genau. Da hab ich eine ganze Firma drauf aufgebaut. Ja, also, äh, von der Performance her ist kein großer Unterschied, obwohl von der Laufzeit und Hauptsprecher braucht es ein bisschen mehr, aber, ah, äh, genau, das ist das tolle Ding, was man eventuell jetzt damit machen kann, äh, äh. Was sonst sehr schwer geworden wäre, ist, ähm, äh, da gibt's auch ein PEP jetzt, weiß ich nicht welche Nummer, äh, Pattern Matching, äh, bin mal gespannt, ob das angenommen wird, äh, für Python 3.10, ähm, dass man halt so Lisp-Style-Makros hat, beziehungsweise halt in funktionalen Programmiersprachen, das ist ja schon länger, oder das ist halt ja so eins der grundlegenden Geschichten, und, ähm, ja, in Python ging das halt auch vor allen Dingen wegen dem Parser bisher nicht, und das geht dann eventuell. Und wenn man das darin hat, ist natürlich schon nett, da hat man so eines der zentralen Features von funktionalen Programmiersprachen auch mit drin. Was sind denn Lisp-Like-Makros? Ja, mhm, das, äh, müssen wir mal irgendwann machen, wenn wir irgendwie auch so ein bisschen, so, ja, noch mal funktionale Programmiersprachen, und was ist, was ist Pattern Matching, und was sind Makros, da können wir das nochmal, aber ich glaub, das ist einfach. Okay, das verschieben wir auf eine folgende Folge. Für die Leute, die gucken wollen, wäre es Pep 634. Ah, 634, ja, ja. Das ist auch eins, wo Guido jetzt selber, ähm, wieder, Guido hat ja mit, beim Parser natürlich mit drinne gesteckt, ähm, und, äh, das ist jetzt auch anscheinend eins seiner Themen, wo er, äh, dran steckt. Ja, ja, also auf jeden Fall, das, das klingt irgendwie sehr vielversprechend, und bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ja, ein, ein Bug ist auch schon aufgefallen wohl. Achso, Match war, Match war, achso, äh, vielleicht, äh, tatsächlich, ähm, das ist eine bessere Variante dessen, was sonst in anderen Sprachen das Case gewesen wäre. Mhm. Mhm. Nur mal so, als zur, zur groben Einordnung, ähm, also mit dem Match, äh, geht's dann am Ende tatsächlich da drum, die, wenn man sehr komplexe If-Else, äh, Zweige hat, äh, dann kann man die damit ein bisschen hübscher abbilden. Also, substanziell hübscher. Ja. Mhm, mhm, mhm. Warum hat man das nicht Case genannt? Das müsste ich jetzt nachlesen. Also, es macht schon, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also ich meine, ja, naja, ach, keine Ahnung, was soll ich sagen. Ähm, genau, einen Bug gab's auch schon, äh, da wird jetzt dann wahrscheinlich in, 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 in 3.9.1 gefixt, äh, und zwar, äh, was der, äh, alte Parser konnte und was jetzt halt mit dem neuen nicht mehr geht, ist, äh, wenn man, äh, Tüppel, äh, Tüppel-Unpacking, halt auch so Stern-irgendwas in, with, äh, so Context-Managern verwendet, dann funktioniert das nicht. Kalt, okay, okay. Tja, aber es ist halt bisher niemandem aufgefallen, also so häufig scheint es nicht verwendet zu werden, aber, äh, das klappt schon irgendwie nicht. Achso, das ist auch vielleicht ganz interessant, also der, das ist in, in 3.9, äh, sind beide Parser, äh, drin, man kann auch irgendwie per Kommandozahlen Option sagen, minus x irgendwas, Old Parser oder so, äh, verwende doch bitte den alten, wenn man irgendwie mit dem neuen Probleme hat, äh, der neue ist defaultmäßig aktiv, ähm, und, ähm, der alte ist aber halt noch drin, und, ähm, ja, mit 3.3.10 wird es dann halt so sein, dann wird der alte Parser komplett rausfliegen und nur noch der neue drin sein, ja. Okay. Ähm, was mit Tüppel-Unpacking in Context-Managern, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum geht das nicht, oder ging das vorher auch nicht, ja? Doch, das ging vorher schon, das hat bloß keiner gemacht, warum auch ist, äh, aber, äh, ja, jetzt geht's nicht mehr. Also warum, warum, warum will er das denn nicht machen, also ich meine, äh, äh, äh? Naja, also warum, also, äh, also das ist halt, das ist, niemand versteht dann, was du tun willst, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, was, wie die genaue Syntax ist, was da kaputt geht. Hast du den Bug irgendwo da? Äh, äh, ne, Moment, da müsste ich auch gerade suchen. Ähm. Ich versuche so leise wie möglich zu tippen. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, also warum nicht im Contact-Manager einfach irgendeinen Tüppel-Unpacking muss, das ist doch durchaus okay. Ne, ne, die Frage, meinst du wahrscheinlich oben in der With-Expression? Ja, ja, in der, in der, in der Expression selber, also With- und dann irgendwas mit Tüppel-Unpacking machen, also ich sehe da echt keinen Anwendungsfall für, und es ist, glaube ich, also die haben da ja die komplette Standard-Bibliothek durchgejagt und noch viele PyPI-Pakete, und sie haben es nicht, also sowas, das ist nie aufgetreten, also das ist nicht so, dass das irgendwie dauernd gemacht wurde, sondern das hat bisher wohl noch nie jemand gemacht, quasi. Also jedenfalls nicht ein Code, der irgendwie häufiger verwendet worden wäre. Also, ja. Es war nur, das ist halt schon mal aufgefallen, dass da einen Unterschied zwischen den beiden Passern gab. Ähm, ja. Tja, was haben wir denn noch so? Oh, äh. Ja, hier. Also was ich wirklich hübsch fand, war jetzt irgendwie nochmal explizit, ähm, die String-Prefix-Suffix-Removals. Ja. Weil das ist einfach, das war, äh, seit langen Jahren ist ja, es gibt einen L-Strip und einen A-Strip, und, ähm, da fallen Leute ja gern drauf rein. Ja. Ähm, dass Leute, äh, gerne irgendwie sagen L-Strip, ähm, oder Strip, äh, und dann irgendwie eine Zeichenkette, und sie denken, damit wird irgendwie, also wenn ich sage, L-Strip, A-B-C, also möchte ich immer, wenn A-B-C ganz links steht, das weggestrichen haben. Ähm, aber das macht's ja nicht, sondern das macht ja Streich von links so lange alles weg, wie das, was links, äh, ein A, ein B oder ein C ist. Ja. Das heißt, da kommen ganz lustige Dinge dann manchmal raus, ähm, ja. Und, ähm, jetzt gibt's halt ein explizites Remove-Prefix, Remove-Suffix, und dann, äh, wäre das auch geklärt. Ja. Ja, das ist schon hilfreich. Äh, ja, ansonsten, Zeitzonen, äh, Handling ist jetzt irgendwie mit drin. Ähm. Ähm, das hab ich noch nicht angeguckt, weil ich hab, ich bin seit irgendwie 15 Jahren mit PyTZ unterwegs. Ja. Ähm, und PyTZ hat halt den Vorteil, dass es unabhängig, das ist halt so ein Ding, die Zeitzonen-Datenbanken werden halt ständig aktualisiert und geändert, und ich bin mir grad nicht sicher, haben die, äh, haben die da irgendwie die Datenbanken mit dabei, oder ist das nur eine API? Genau, das ist halt auch der Grund, warum, also, in, in, im Daytime-Standard, äh, im Modul in der Standardbibliothek, äh, war das auch nie, waren diese Zeitzonen-Datenbanken auch nie drin, wohl aber eine API dafür, wie man da seine eigene Datenbank oder sein eigenes Objekt, das halt implementiert, zeitzonen-Objekt, äh, irgendwie, äh, reintun kann, weil sich die Leute gesagt haben, ah, Python-Release-Zyklus, viel zu lang für diese Updates, und dann wollen die Leute das mal selber machen, und dann haben es die Leute natürlich nicht selber gemacht, äh, weil keiner Bock hatte, das zu machen, und, ähm, ja, äh, nee, wie es jetzt wohl ist, ist, dass, ähm. Ach, ja, die nehmen die System-Time-Zone, weil sie haben eine API dafür, um das reinzuziehen. Ja. Okay. Und, äh, genau, auf Windows gibt's noch eine komische Geschichte, das ist, da gibt's dann ein, ein, äh, First-Party-Package, was man dann noch installieren muss, TZ-Data oder sowas. TZ-Data, ja. Äh, 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 dann geht das da wohl irgendwie auch, äh, ja, aber genau, so ist das dann. Ja, das ist so als Fallback gedacht, für wenn das andere nicht da ist, ja, okay. Und die, äh, intern funktioniert das wohl, äh, mehr oder weniger genauso wie, äh, Date-Util, oder sag mal so, das ist auch, also, ähm, wie Date-Util das macht, also, äh, ich glaub, das ist auch von dem Autor von, von Date-Util irgendwie, mein ich jedenfalls gehört zu haben, dass der das, äh, das von dem, das ist und das, es implementiert halt so die Kerngeschichten, aber viele von den Fancy-Features von Date-Util sind halt nicht drin, aber, äh, so die Kern-Dinge, äh, ja, ja, äh, hm, noch was? Noch irgendwas? Äh, naja, gut, da gab's noch irgendwas mit Dekoratoren und Syntax, äh, dass man, da konnte man früher immer nur, äh, bis jetzt halt immer nur Funktionen verwenden und jetzt kann man halt auch irgendwie, äh, ein Dikt nehmen und dann eckige Klammern oder so, das ging vorher auch nicht so richtig. Und das geht jetzt, ah, das wird wahrscheinlich auch kaum jemand machen, insofern. Ja, obwohl, da kann ich mir jetzt KMR vorstellen noch. Ja, dass man halt, man könnte sich vorstellen, man hatte irgendwie ein Dikt von Dekoratoren oder so, wo die Values halt irgendwie Funktionen sind und, äh, dann wählt man halt das Ding aus, was man halt, und da hätte man halt bisher immer irgendwie eine Extra-Funktion haben müssen, die dann halt die richtige Funktion, innere Funktion auswählt und jetzt geht's halt direkt. Ja, auch nicht so schlecht. Ja, es ist ja eine Frage von, ähm, in solchen Momenten immer bei diesen syntaktischen Kleinheiten, ähm, dann kann man ja immer dieses berühmte Dokument des, äh, PHP, a fractal of bad design, rausholen, ähm, dass du dich halt irgendwie darauf verlassen können möchtest, wenn gesagt wird, okay, hier hinter dem Ad kommt halt eine Expression, dann kann ich hier auch bitte alles machen, was eine Expression halt kann. Und, äh, wenn das halt nicht geht, dann steht man immer traurig da und fragt sich, was soll denn der Quatsch eigentlich? Ähm, insofern, ich finde das einfach, das ist halt so das Thema, wenn das auch gerade was ist, was der neue Parser vielleicht besser unterstützt, Ja, ja, ja. Ähm, dann all for it. Ja. Was ist PHP, a fractal of bad design? Also, um, um nicht auf anderen, ähm, Sprachen rumzuhauen, ähm, gibt es aber ein wirklich berühmtes Dokument zum Thema, warum PHP so ein massives Problem im Sprachdesign hat. Und da gibt es in dieser Blogpost, der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt oder so. 2012. Ah, acht Jahre. Ähm, und, ähm, da geht es sozusagen darum, dass diese, die Herangehensweise des Sprachdesigns, und da ist Python ja schon lange ein Vorreiter gewesen, dass es halt eine explizite Sprachdefinition gibt, aus der dann halt das CPython nur, in Anführungszeichen, die eine Implementation ist. Und es ist klar, es kann auch andere Implementationen geben. Und, äh, ich erinnere mich an mindestens ein Thema, ähm, wo allein von diesem, dieser syntaktischen Genauigkeit, äh, tatsächlich irgendwie, ich glaube, war das das Type of Äquivalent bei PHP oder so? War so im Parser integriert, dass tatsächlich die Ausgabe war, diese eine Funktion kann immer nur exakt mit einem variablen Namen aufgerufen werden, aber niemals, jemals mit einer Expression, wo du dann von dem Ergebnis den Typen haben möchtest. Weil halt jemand das in den Parser so reingestrickt hat. Und dieser Artikel geht da sozusagen in arg detaillierter Form durch und nimmt da irgendwie tausend von den Sachen auseinander und sagt halt hier, was willst du jetzt noch sagen, wenn du irgendwie nur noch von einem zum anderen stolperst dabei? Ja, der ist mal ganz interessant zu lesen, wird zum Thema irgendwie ein bisschen analytisch auseinandergenommen, ähm, was das liebe PHP da so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten lässt. Ja, müssen wir mal in die Show Notes packen, ja. Ja, ja, wie denn iii.ii oder sowas. Ja, aber ich glaube, das war es dann auch schon mehr oder weniger, ne? War sonst noch, nee, ich glaube, sonst war da eigentlich nichts drin. Ja, ich glaube, irgendwie noch was zu typen oder sowas, aber... Oh ja, stimmt, man kann jetzt irgendwie List, man muss nicht mehr diese List mit Großbuchstaben vom Typing importieren. Wahrscheinlich war das halt auch so gedacht, ja, wer weiß, wie lange, ob die Leute das gut finden mit dem Typing, Typins und so. Nehmen wir mal nicht irgendwie, machen wir nicht den Aufwand, das direkt so zu ändern. Und jetzt kann man, muss man das halt nicht mehr aus Typing irgendwie List mit großem L importieren, sondern kann halt die Build-Ins verwenden und das funktioniert dann halt auch in den Typins. Ja, genau, das war ganz nett. Das macht es ein bisschen einfacher, das zu schreiben und muss nicht immer nachgucken, welche Imports das jetzt waren. Ja, was steht an Veranstaltungen an? Habt ihr irgendwelche? Oh, hab ich jetzt dummerweise gar nicht so richtig nachgeschaut. Die Django-Con ist gerade vorbei. Ja, gab es eigentlich die PyCon auch jetzt irgendwie letzte Woche? Oder war die PyCon dieses Jahr virtuell? Ich weiß gar nicht. Welche meinst du, die deutsche? Ja, die iii. Nee, die haben wir tatsächlich verschoben. Also wir hatten relativ zeitig im Jahr mit den, also es wäre jetzt wieder in Berlin gewesen. Genau, letzte Woche war es gewesen eigentlich, ja. Genau, und wir haben aber relativ frühzeitig mit dem Veranstaltungsort wie Wärm gewesen im Haus des, nicht Haus des Lehrers hier daneben an. Ähm, 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 äh, äh, in Berlin. Genau, ähm, ach, wie heißt denn das noch? Da, wo immer der ZZC-Kongress war. Da, wo immer der Kongress war, genau. Ähm, dieses UFO. Ja. Ähm, 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 ja, da wären wir gewesen eigentlich und, äh, wir haben mit denen dann halt, das war halt so ein bisschen schwierig, weil im Januar ja wirklich, äh, im Februar, März war das, äh, März, März, äh, nicht klar war, wie wird denn das jetzt, äh, sich übers Jahr eigentlich entwickeln. Und tatsächlich, jetzt sehen wir ja gerade auch, dass die Zahlen schon wieder schwierig sind und Massenveranstaltungen sind ja eh abgesagt bis mindestens Ende 2020. Und wir hätten gerechnet, also bei einem, in einem regulären Jahr wäre unsere Hochrechnung, glaube ich, bei knapp 2000 Leuten gewesen. Und das kannst du halt gerade knicken, das geht gar nicht. Ähm, und gleichzeitig war halt auch schon eine Anzahlung geleistet gewesen. Ähm, deswegen mussten wir mit denen entsprechend verhandeln. Und jetzt ist die Aussage, wir probieren es 2021 und 2022, also wir haben uns committet, 2021 und 2022 nochmal in Berlin zu machen. Und haben uns gedacht, na gut, ähm, um dann halt sozusagen die, äh, Anzahlung zu retten. Dadurch dürfen wir die fürs nächste Jahr mit verrechnen. Ähm, und haben jetzt auch schon garantiert, ja, und haben garantierte Preise für 2021 und 2022 schon rausgehandelt. Ja, die haben ja auch das Problem. Genau. Auf der einen Seite müssen sie irgendwie sehen, wo sie bleiben. Und auf der anderen Seite wollen sich natürlich auch nicht alle Leute verbrennen, die eigentlich jetzt regelmäßig Veranstaltungen mit ihnen machen. Und ich bin ein bisschen froh, dass wir halt jetzt irgendwie planmäßig schon für Berlin geplant hatten und nicht für Hinterpose Muckel. Um dann sagen zu müssen, so auf die nächsten x Jahre müssen wir nach Hinterpose Muckel, ansonsten, ansonsten sind wir pleite, wäre man nicht pleite, aber, ähm, ansonsten müsste man da irgendwie Dutzende, Zehntausend Euro, äh, vergraben. Ja. Ne, genau, das wäre jetzt gewesen, das haben wir verschoben. Was tatsächlich im November noch ist, vielleicht für alle, die auch im Peißenverband, äh, schon Mitglied sind, ist, äh, Mitgliederversammlung tatsächlich. Äh, da hatten wir auch ursprünglich geplant, die jetzt, weil es ja eigentlich ganz gut aussah, im Oktober mit, ähm, vor Ort hier in Halle zu machen. Ähm, aber, ähm, sind gerade dabei, ich glaube, morgen wird das beschlossen, ähm, und dann wird das wahrscheinlich auch eine digitale Veranstaltung werden. Im November, da gehen demnächst noch Einladungen raus, wer beim Peißenverband Mitglied werden will. Stimmt, ja. Kann das gerne noch machen. Ähm, ja, dafür muss man tatsächlich nochmal kurz Werbung machen, ähm, die Webseite kurz nennen und, äh. Genau, das wäre der, äh, peißen-verband.org, äh, der Peißen-Software-Verband als die deutsche Interessensvorretung. Ähm, ähm, und, ähm, eine unserer Hauptaktionen, und das war dieses Jahr jetzt leider dann auch ein bisschen, äh, wenig durch Corona, äh, ist, dass wir alle möglichen, ähm, Community-Aktionen fördern. Ähm, sowohl organisatorisch als auch, äh, mit Geld, das heißt, wir, äh, verstehen uns da ein bisschen als eine Drehscheibe. Ähm, Python selber ist ja gut bekannt, aber was wir, äh, stark unterstützen wollen, ist halt, äh, Python noch in Communities zu tragen, die es vielleicht nicht so kennen und aber auch Veranstaltungen zu fördern, das heißt, man kann da auf der Webseite unser Förderprogramm nachschlagen und dann, äh, kann man sich relativ unkompliziert Geld für Ideen abholen, die man mal mit, äh, wie man Python an andere Leute ranbringen will, mal was coden möchte, etc. Et cetera, etc. Genau. Okay, interessant. Und im Corona-Jahr war es jetzt auch so, dass wir tatsächlich ein, zwei schon länger bekannte Partner, ähm, da gibt es die Tech-Kids, äh, zum Beispiel im Schwäbischen, ähm, die haben jetzt auch ganz schön drunter gelitten, weil denen die ganzen Veranstaltungen weggebrochen sind, mit denen sie normalerweise dann ja auch wieder so Teilnahmegebühren reinholen, ähm, und haben da jetzt dieses Jahr im Fördertopf tatsächlich dann auch eher mal großzügig gesagt, okay, wir sponsoren euch jetzt auch mal, wenn gerade nichts los ist, äh, damit das jetzt hier über die, äh, Corona-Zeit, äh, nicht alles zerbricht einfach, was die Leute aufgebaut haben. Ja. Ja. Das ist tatsächlich vielerorts ein größeres Problem, ja. Ja. Ja, ja. Also es ist dann demnächst Weihnachten. Ich habe heute die erste Weihnachtswerbung gekriegt. Ja. Weihnachtswünsche. Ja. Das Jahr geht schnell vorbei mit so einer Pandemie, ja. Ja. Hm. So oder so. Ja, nee, also genau, ich weiß nur, äh, Europython war jetzt auch vor kurz, die Vorträge sind irgendwie da und die, und Django-Con da, das wollte ich mir auf jeden Fall angucken, aber habe ich noch bisher nicht geschafft. Gibt es auch die ganzen Vorträge, äh, online. Und was jetzt in Zukunft kommt, weiß ich gar nicht, weil ich es mir nicht, weil ich es nicht nachgeguckt habe. Ja, wir verpassen übrigens gerade wieder das Django-Meter-Up-Kolone, ne? Ja, ich weiß, aber das ist halt dann blöd, äh, muss man. Ja, die Vorträge war auch noch, das ist jetzt auch so fünf, sechs Wochen her, glaube ich. Ah ja. Da hat es ein bisschen gedauert, die haben jetzt auch erst vor, glaube ich, zwei, drei Wochen dann die, ähm, die Videos online gehabt, ähm, genau. Und es gibt, glaube ich, noch wieder so eine neue, äh, Anmeldung für das nächste Jahr, ne? Die 21, die auch online statt sein wird. Äh, Forstem, diesmal, ja. Forstem, achso, das ist dann Februar, Januar, Februar, irgendwann die Forstem, genau. Nee, ich meinte die Vorträge. Genau, die ist normalerweise, äh, sagt Augustin. Genau, ja, das war mein letztes Jahr, ja. Ja. Ja, ansonsten, äh, was mir noch so eingefallen ist, was jetzt geht, was früher nicht ging, äh, äh, iSword und, und Black sind kompatibel. Ja, das, äh, ist auch nett. Das war ja vorher immer so. Wie kam es? Äh, ich weiß es nicht genau, also, ähm, das ist mit irgendeinem Update von, von iSword ist das jetzt, äh, sozusagen erledigt dann irgendwie gewesen. Also, iSword hat was gemacht, damit Black nicht mehr der Zwischenpunkt. Ja, irgendwie so, genau. Und, ähm, ja, jetzt geht es halt, man kann es, äh, halt parallel, also, man kann halt beides verwenden und, ähm, hat dann da kein, 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 nicht mehr so, dass das eine immer die Sachen vom anderen umsortiert, was ja irgendwie ein bisschen doof ist. Jetzt müssen wir das nur noch in PyProject Hummel konfigurierbar machen, genau wie PyTest und, äh, Lake8 und dann. Ja, PyTest ist das, äh, ist das schon? Ja, aber, äh, mit so einem komischen, ähm. Ja gut, der, der, äh, der Key ist so ein bisschen komisch. Genau, PyTest, Uni Options oder so, so ein Quatsch. Ja, die, ähm, wobei ich sagen muss, also, wir haben jetzt, äh, tatsächlich Black an Paarstellen wieder zurückgebaut, ähm, und ich breche noch eine Lanze für alle Leute, die sozusagen neben Schwarz noch ein bisschen Grau haben wollen. Ähm, ja, äh, und empfehle mal noch ins Japf reinzuschauen. Japf, okay. Japf, Japf. Ja, 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 Black wird auch ein Problem kriegen, äh, Black verwendet auch den, den alten Parser. Und, äh, spätestens ab Python 3.10 wird es dann halt, äh, muss er, äh, muss er sich, äh, muss er sich was einfallen lassen, weil das geht dann nicht mehr. Naja. Ähm. Kannst du kurz was zu Japf noch sagen? Ja, Japf ist so ein, wie auch, wir waren ja vorhin schon beim JAK, äh, der Jet and Asher Compiler Compiler und Japf ist der Jet and Asher Python Formatter. Und, ähm, die haben sich tatsächlich eher auf die Fahnen geschrieben, dass das Ding ein bisschen konfigurierbarer ist. Oh, mit einer Japf, Ignore, ich hab's grad gesehen. Und, äh, der erzeugt für mich, finde ich, deutlich lesbareren Code. Also, das ist die, ich komme persönlich mit der Black-Form-Attribution an vielen Stellen so richtig gar nicht klar, ähm, und finde sie einfach urpod-hässlich. Ich fand sie auch sehr ugly, aber Jochen hat's mir immer aufgezwungen. Ja, sorry. Ja. Also, ich, also, ich unterstütze volle Kanne das Thema, einen Autoformatter einzusetzen, ähm, aber ich finde, Black ist halt nicht der weißer letzter Schluss. Ähm. Ja, das, das mag, also ich verstehe das durchaus. Ich finde auch, ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten mit den, äh, Anführungszeichen. Ich hab auch vorher immer Single-Codes verwendet und dann so, ah, das ist schon so ein bisschen, auf der anderen Seite würde ich sagen, naja, gut, also, äh, selbst wenn man es nicht so hübsch findet, äh, wenn alle den gleichen Autoformatter verwenden, dann ist das ein so viel größeren Gewinn, als, äh, dass ich dann sage, na gut, dann gebe ich dafür die persönlichen Präferenzen auf. Aber, ja, ich kann auch verstehen, dass man das, ja. Ja, weil, weil mein Streit sozusagen schon über das, was ich als persönliche Präferenz empfinde, rausgeht, weil es verletzt mein ästhetisches Gefühl so, dass ich wirklich daneben stehe und sage, nee, das verletzt, das ist volle Kanne gegen die Designziele von Python als Sprache. Mhm. Mhm. Ja. Also, das ganze Thema, dass die Indentation mir Dinge sagt, äh, und dann irgendwie über x-Dutzend Zeilen hinweg wieder schließende Klammerorgien zu sehen, dafür brauche ich kein Python. Also, dann brauche ich kein Python, kann ich ja was Skript schreiben. Ja. Ja, ja, ja. Und sie wollen, sie bevor, also, ich verstehe ja, warum das passiert, ähm, sie versuchen ja ein, eine Formatierung zu machen, die möglichst wenig Diff erzeugt, wobei ich das bisher auch nicht gesehen habe, dass das wirklich, also, da hätte ich gerne mal tatsächlich noch eine Metrik gesehen, ähm, und ich muss aber sagen, das verletzt dann so ganz klassische Clean-Code-Aspekte auch von Code, optisch ist zum Lesen für Menschen da. Ja, und wenn das Ding halt tatsächlich erfordert, dass meine Kognition massiv mehr Aufwand leisten muss, um es zu lesen, und alle Leute dann mehr oder weniger mit einem Stockholmsyndrom ankommen und sagen, ja, ich habe mich daran gewöhnt, dann erinnert mich das so ein bisschen eher wie an die alten Leute, die ich hatte, als ich ein Haus gekauft habe, und die Flugzeuge drüber fliegen, und die sagen, ich höre die schon alle nicht mehr. Ja. Ja, so fühlt sich das für mich jetzt halt, äh, an, und wir haben jetzt tatsächlich in einem Projekt, in einem größeren Projekt, das eben nochmal umgestellt von Black auf einen anderen Formatter. Auf JAPF? Ähm, auf JAPF halt, mit entsprechenden anderen Optionen, und, ähm, siehe da, plötzlich hat man wieder so ein, ah, stimmt, so muss das aussehen, danke, das ist Python. Kannst du, ähm, dafür mal die Config, äh, irgendwie teilen, mit uns in den Show Notes? Na klar. Das wäre super, weil das finde ich sehr spannend. Ja, okay. Weil ich finde Black auch mega ultra hässlich, und genau das, was du sagtest, also ein paar Sachen, wo ich dachte so, äh, wieso macht das so, das ist auch eklig. Ja. Ja, naja, gut, ja, so, na, ist schon was dran. Äh, äh, dazu fällt mir gerade noch ein, ich habe letztens einen Podcast gehört, äh, also ich höre den ab und zu, äh, gefällt mir eigentlich, also mir gefallen ja auch so Formate, die so ultra lang sind, und das ist halt auch so immer schön lang, äh, von, äh, der heißt irgendwie Lex Friedman, ähm, und der spricht so mit allen möglichen Leuten, und halt, äh, da, darunter sind halt auch viele der, der so Koryphäen, ähm, äh, zum Beispiel hatte er letztens, äh, ein Interview, äh, mit, mit James Gosling, zu dem, äh, 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 ja, quasi, ja, Entwickler, äh, von, von Java, und, äh, das fand ich ganz interessant, äh, 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 der, und der erzählte dann halt auch so, ja, also, äh, was ihn dann dazu gebracht hat, Java, äh, äh, sich, sich auszudenken, war halt, ähm, ja, seine lange Erfahrung mit C, auch sowas, was ich nicht wusste, der hat, äh, Emacs irgendwie geschrieben, in, in C, oder die erste, äh, ordentliche Version von Emacs, und stand dann irgendwann vor der Entscheidung, okay, ich mache jetzt entweder den Rest meines Lebens Emacs, oder, oder halt nochmal was anderes, und dann dachte ich so, naja, Emacs so geil ist, also, weiß nicht, muss auch nicht sein, und dann hat er lieber was anderes gemacht und das abgegeben, irgendwie, äh, also Emacs und Java sind eng verwandt, interessant. Naja, äh, also, ja, In gewisser Weise. Ja, und, aber er hat halt auf jeden Fall sehr, sehr viel C geschrieben. Die ungleichen Zwillinge. Und, äh, dann auch größeren Projekten, und dann sind, sind ihm halt also so Dinge aufgefallen, die immer wieder schief gehen in C, und dann, Java war halt sozusagen der Ansatz, also mit diesen großen Fehlerklassen, die halt C immer wieder ganz böse Probleme machen, halt aufzuräumen, und das ist ja auch dann irgendwie gelungen. Ähm, aber der sagte dann etwas, als er, äh, als es darum ging, äh, irgendwie, wie das dann so ästhetisch aussieht, äh, daher, daher die, äh, Anknüpfung, äh, sozusagen, er meinte er so, ja, also, wenn ich irgendwie Code lese, es gibt ja mal so Leute, die sagen dann so, ah, ich finde das ästhetisch, ist aber nicht so, hm, gefällt mir nicht so richtig. Und dann so, mir war das immer alles total egal, ich, ich hab da nie den Code gesehen, ich hab, wenn ich, wenn ich irgendwie so eine Funktion angucke, dann seh ich immer nur so, dann hab ich da so eine visuelle, so eine, so eine Bildvorstellung von, so wie so Zahnräder von der Maschine, und dann seh ich, ob das das Richtige tut oder nicht. Und wie die Syntax von der Sprache ist, und wie die Sprache aussieht, das seh ich gar nicht, das ist mir auch total egal. Jetzt wissen wir, was mit Java. Und dann dachte ich so, okay, ja, das erklärt natürlich einiges, aber, äh, das ist aber halt, da ist er halt in einer, auch schwierigen Position, weil er hat den Quatsch halt erfunden, und mir geht's halt auch so, wenn ich irgendwelche Tools baue und erfinde, dann seh ich da, wenn jemand die Tools verwendet, halt auch mit einem Schlag die Zahnräder. Das ist aber halt kognitiv ein völlig anderer Prozess, als wenn ich das halt nicht erfunden habe, und ich das verarbeiten muss, was da steht. Und das ist sozusagen, und da gibt es, jetzt hab ich halt im Studium auch Linguistik, äh, gemacht, und deswegen bin ich an der Stelle auch immer ein bisschen mit dran zu gucken, wie hängt denn das zusammen, und unser Gehirn, kognitive Last ist halt was, das zwingt uns irgendwann halt dann nicht mehr über die Sache nachzudenken, sondern das Gehirn ist dann halt nur noch damit beschäftigt, dieses komplizierte Zeug zu lesen, deswegen ist dann, hast du halt sowas wie Brainfuck, da bleibt dann halt nicht mehr viel über für, was macht der Code eigentlich? Buchstaben, Salat. Das ist halt schon eine echte Balance, also, ja. Ja, oder vielleicht sind unterschiedliche Leute da halt auch einfach unterschiedlich, vielleicht gibt's Leute, denen ist das halt egal, die sehen halt, wie, wie, wie so ein, wie die Mechanik dahinter direkt aussieht, und, ähm, können sozusagen an dem Code vorbeigucken, aber mir geht das auch nicht so, ich muss, also, wenn ich, äh, ich bin sehr an dem, an der ästhetischen... Es ist viel schöner, wenn man die ästhetischen Patterns direkt sehen kann, und die einem klar ins Auge springen. Ja. Ja, du willst, äh, willst du ein anderes Thema einleiten? Ich hab gerade versucht, einen kleinen Übergang zu finden. Ich weiß nicht, ob es mir geglückt ist. Wie geschickt. Und ja, aber es war wirklich so, ja, wenn man das so sehen kann, dann kann man doch auch diese Patterns auch mit einer gewissen Ästhetik betrachten. Und deswegen ist vielleicht diese Ästhetik der Sprache, äh, für manche wichtiger, vielleicht für einige unwichtiger, aber ich finde, es ist ein sehr essentieller Teil, also gerade, weil auch die Hürde dadurch deutlich gesenkt wird. Selbst wenn es jetzt, ähm, ein sehr hochentwickeltes Feature ist, äh, ermöglicht es halt auch einen deutlich einfacheren Einstieg, weil durch diese ästhetische Klarheit man das Konzept auch deutlich einfacher verstehen kann. Man kann ja auch tatsächlich Ästhetik mal zur Seite legen und an der Stelle einfach, also es gibt ja mehrere andere Kriterien, die man ansetzen könnte, eben zum Thema Lesbarkeit, Menge der Zeichen auf der, äh, auf dem Bildschirm, Menge an, äh, Neues, äh, an syntaktischem, äh, drumrum und so. Ähm, und es gibt auch bestimmte Sprachen, bei denen ich halt sage, da ist es mir wieder zu wenig. Also Python ist halt tatsächlich für mich so die Sweet-Spot-Sprache, da ist mein Gehirn super drauf, äh, angesprungen damals und extrem gut drin. Mit Ruby tue ich mich zum Beispiel extrem schwer. Ruby hat halt dieses Thema, dass sie sehr viel metasyntaktisch arbeiten. Und das heißt aber, du musst teilweise schon überlegen, warum bedeutet, warte, hier ist ein Leerzeichen, deswegen bedeutet jetzt gerade, hm, und wenn das dahinter eine Funktion ist, dann, äh, äh, da musst du schon auch in diesen Mustern ganz schön, ganz schön arg drin stecken, um das halt wirklich lesen zu können. Und ich hab bei Python halt immer das Gefühl, egal wie es geschrieben ist, irgendwie krieg ich es dann schon auch wieder relativ schnell auseinandergeklamüsert. Ähm, aber ich merk auch, oh, jetzt ist es auf eine Art geschrieben, die ist irgendwie von dort durch die Brust ins Auge und war irgendwie nicht zum Lesen gedacht. Ja. Ja, man muss ja schon irgendwie die Methode relativ schnell begreifen können irgendwie, ne? Also zumindest ein Ziel, wenn man das so vernünftig machen möchte. Naja, es ist halt so, ich glaube auch da wieder, dass halt für unterschiedliche Leute vielleicht da unterschiedliche, äh, äh, Trade-offs besser funktionieren oder schlechter, ähm, und, äh, irgendwie so die, wie sieht das aus oder wie kann man, wie schreibt man Dinge dran, ist halt irgendwie so das User-Interface der Sprache, was ich, ähm, auch letztens noch gehört habe, was ich ganz interessanten, äh, Ansatz fand, das war, wo habe ich das denn, äh, gehört, äh, genau, dass es ja auch noch andere Aspekte gibt. Also, äh, genau, das war auch in einem, äh, Interview-Podcast mit, mit, glaube ich, Chris Lettner, der, äh, äh, Swift und, äh, Clang und so, äh, gebaut hat. Und, äh, das hatte ich vorher noch nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm, weil ich dachte immer so, da so, ja gut, was halt dann an Code dasteht, ist halt das Entscheidende. Weil der meinte dann halt auch so, ja, also User-Interface der Sprache sehr wichtig und Python voll gut, wusste ich auch gar nicht, dass er da so, äh, meinte, das ist total super. Das Problem ist nur, es gibt halt auch noch andere, äh, andere Dinge, die halt auch eventuell wichtig sind, wie zum Beispiel so etwas wie, wie gut ist das denn jetzt nicht, wenn ich das, wenn ich da drin irgendwas programmieren will, was dann irgendwie mein Problem löst, sondern, ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt ein Framework da drin entwickeln will oder irgendeine Library, ist das denn dann immer noch gut, weil, äh, bei Python hat man dann zum Beispiel das Problem, äh, okay, wenn das jetzt irgendwas ist, was, ähm, ja, CPU-bound ist sozusagen, dann hat man wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie so ein Basis, zum Beispiel so etwas wie ein Machine-Running-Framework oder so bastelt, dann kommt man da nicht aus ohne relativ große Anteile C, C++, irgendwie sowas. Und, ähm, dann wiederum hat man das Problem, dass das User-Interface sozusagen von dem Use-Case ausgesehen halt nicht mehr so schön ist, weil jetzt kann man nicht mehr richtig debuggen, weil man hat halt ein Teil in C, und ein Teil in, äh, in Python und, äh, ja, was macht man jetzt, wenn irgendwie, äh, und, äh, wenn da irgendwo Fehler auftreten, gibt's keine konsistente Art mehr, das so richtig zu debuggen. Ähm, und das ist natürlich schon so ein Punkt. Oder, was er auch meinte, ist dann halt sowas wie, ja, also, ähm, was ist eigentlich, kann ich sowas wie ein, wie ein Int-Typ überhaupt, äh, irgendwie selber basteln, das geht ja jetzt in Python nicht, geht auch in Java nicht, äh, aber in Zwift ging das, ne, natürlich, deswegen, Zwift voll gut. Da könnte man halt, kann man solche Typen halt tatsächlich bis ganz runter, äh, selber sozusagen als, äh, Library-Autor, äh, halt auch haben und, ähm, selber definieren, ja. Und natürlich, ja, so in gewisser Weise, da ist schon so ein, das ist auch ein Punkt dabei. Und das ist natürlich in Python vielleicht jetzt nicht so einfach wie in anderen Sprachen, also, äh, ja, das, äh, ja. Ja, aber, aber so vom, zum, zum Lösen von Problemen finde ich das auch, das ist halt irgendwie schon sehr, sehr angenehm im Vergleich zu allem anderem. Aber kann auch sein, dass ich da einfach nur komisch bin und das halt für mich funktioniert, ja. Die, äh, Interviewreihe, die du da gerade aufgemacht hast, die kann ich auch, äh, allgemein empfehlen. Ähm, da hatte ich letztens nämlich jemanden, ähm, wie hieß er nochmal, wie hieß der Interviewer? Lex Friedman. Lex Friedman, genau. Und da hatten wir diesen einen Chip-Designer, ähm, der ist auch extrem spannend, den sich anspricht, das ist gerade so ein thematischer Querschlag. Mhm, naja, aber. Ähm, aber ich glaube, der, die muss ich einfach mal loswerden, weil der hat mich dermaßen begeistert. Ähm, wie hieß er denn? Lex Friedman mit, äh, der hat zu viele Sachen gemacht. Oh ja. Der macht eine ganze Menge, ja. Äh, genau. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Chip-Designer, Chip-Designer, Chip-Designer. Namen sind Schall und Rauch. Ja, manchmal macht er auch so ein bisschen komisch, also manchmal ist mir das auch, ich weiß nicht, es gibt ja so eine, also ich würde das mal, also wenn man das so, hm, wenn man versteht, also es ist halt auch sehr amerikanisch, muss man sagen. Und manchmal macht er auch einfach so etwas seltsame Dinge, irgendwie so, sagt er, dass er jetzt nur noch Fleisch isst oder keine Ahnung, oder macht ganz viel mit Cryptocurrency-Zeugs, was ja auch irgendwie so ein bisschen ist, aber, ja, aber es sind auch auf jeden Fall super interessante Sachen dabei. Genau, also hier Lex Friedman Nummer 70, äh, Jim Keller. Ah, okay, gut. Jim Keller ist tatsächlich einer, der, also ich hab da gleich nach zehn Minuten so ein bisschen so einen Man-Crush entwickelt. Ähm, äh, der, der ist so so intens, wie der da sitzt und denkt und redet und sein Minenspiel eigentlich gar nicht so richtig präsent ist so richtig und dann doch so ganz kleine Nuancen und haut da Sachen raus zum Thema Chip-Design und der ist halt sozusagen in den, ich glaube, in den 80ern ist er ins Chip-Design eingestiegen ähm, und hat so alles mitgemacht. Der hat halt bei AMD und bei Apple und bei Tesla und bei Intel gearbeitet und ich hab jetzt so ein bisschen so persönlich so diese, äh, dieses Gefühl von, ah, dieser Kampf zwischen AMD und Intel, der wird eigentlich nicht irgendwie da weit oben ausgetragen, sondern die Frage ist nur, ob Jim gerade bei AMD oder bei Intel ist. Die Folge ist übrigens Moors Law. Okay. Wenn man das sagen würde. Ja, genau. Ja. Und der, also der war, der ist schon krass. Der ist schon, der war richtig gut. Ja, also, ne, der Podcast kann man tatsächlich empfehlen, ne, es gibt auch andere tolle Folgen, die man hören kann, mit Donald Knuse oder Paul Krugmann sogar mal dabei gewesen und, und, und. Es lohnt sich die auch auf YouTube zu gucken, denn es gibt Videos davon mit den Interviews, nicht nur als Podcast. Und da ist, ja, die Mimik ist, ja. Peter Norwig. Ja, ja. Wir haben mal so durchscrollt. Ähm, ja, genau, äh, wo waren wir denn jetzt? Wir wollten eigentlich ein Pattern-Koll gemacht. Ja, ich, äh, genau. Ähm, ja, und, äh, irgendwie gewisserweise, da, genau, da, da, äh, auch zu Patterns hatte, hatte Chris Lettner da noch was zu sagen und er meinte dann so, ja, also Patterns sind ja auch immer so, ne, es wird halt gesagt, äh, wenn, wenn man Patterns braucht, dann hat die Sprache eventuell, äh, ja, einfach nicht, äh, genug, also hat, was ist das eigentlich, es geht versagt, das ist ein Zeichen dafür, dass die Sprache halt etwas nicht kann, was sie vielleicht können sollte, ne, und deswegen muss man halt ein Pattern machen und, ähm, äh, das, das kenne ich auch schon lange und, ähm, ja, er fügte halt dann noch was hinzu, was mir dann, wo ich dachte so, oh ja, das stimmt, das ist, äh, das ist ja auch eigentlich so ein Problem, der meinte, das ist nicht nur bei Patterns so, sondern halt auch bei sowas wie, äh, gibt es eigentlich sowas wie eine Standardbibliothek, ne, und das ist halt immer, das ist ein ähnlicher Trade-off. Also wenn du jetzt, ähm, irgendwie bei Python eine relativ große Standardbibliothek, äh, hast, dann hat das natürlich eventuell den Vorteil, dass du dir so etwas ersparst wie Javascript, ja, die haben das da halt nicht und dann kriegst du halt NPM und, äh, das ist halt sozusagen ein Pattern, um halt dieses, äh, diese fehlende Standardbibliothek, äh, irgendwie dann aufzufangen, sozusagen außerhalb von dem, was die Sprache tatsächlich macht und das hat halt, äh, ist halt so ein bisschen, äh, fies dann unter Umständen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es wieder ein Vorteil sein kann, weil wenn man jetzt irgendwie sich Typescript anguckt oder so, ne, dann, wenn sich so ein Type-System halt außerhalb der Sprache entwickeln kann, kannst du das natürlich deutlich schneller tun, als wenn das immer nur, ja, alle 18 Monate oder jetzt alle 12 Monate, äh, äh, updatebar ist, ne, äh, mit dem Gleas-Zyklus der Sprache. Also es ist nicht so einfach, also, ja. Und, und mit Patterns ist es halt irgendwie, äh, ähnlich, ne, wenn, wenn eine Sprache halt sehr, sehr viel kann, dann, äh, braucht man eigentlich nicht so viel Patterns, weil dann hat man einfach diese Probleme nicht. Und auf der anderen Seite, wenn, äh, ja, gibt es einen Nachteil, wenn eine Sprache zu viele Features hat. Naja, gut, dann ist man halt, äh, auch an die Sprache sehr, äh, gewunden und, ja, ja, eigentlich hat das keinen Nachteil. Also Patterns, ich glaube, Patterns ist sozusagen, das war gerade aufgekommen, das war ich, glaube ich, im Studium, ähm, ich weiß nicht, wann das Buch rauskam. Ich glaube, also 94 war ich. thematisch jetzt, was, dann war ich da nicht im Studium. Ähm, oh, Tatsache, äh, 94, ne, da war ich bei weitem noch nicht im Studium. Oh! Ähm, ja, Tatsache 94, ähm, und wir hatten ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass das, äh, in C++, ja, also, ähm, du wolltest über das Buch reden, ging auch vor Design Patterns. Ging auch vor Design Patterns, genau, das ist sozusagen, wenn man diesen Begriff Patterns in die Hand nimmt, ist das in der IT sozusagen das, äh, wo es alles mit angefangen hatte. Und, ähm, vielleicht kann man da noch kurz den, ähm, den einen Umweg gehen zu, ähm, wie hieß er, Steve Alexander? Ne, Alexander war, Alexander, Christopher Alexander. Christopher Alexander war das, genau, war ein Architekt. Und der hatte dieses Thema Patternsprachen halt mal, ähm, aufgegriffen und, äh, beziehungsweise entwickelt, um sich städtebaulich, äh, so einem Gesamtkunstwerk, äh, anzunähern. Um halt auf der einen Seite zu sagen, okay, Patterns sind, äh, äh, Dinge, die immer wieder auftauchen, die halt in leichten Variationen anwendbar sein müssen. Und es ging ja nicht darum, dass Patterns, äh, Patterns und nicht Templates. Also was ist das denn? Ist das sowas wie ein Mosaikbaustein-Ding, das man irgendwo reinstecken kann und dann in alle Richtungen funktioniert, oder? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist es halt, äh, tatsächlich ein, also es ist ein Entwurfsmuster, äh, wo du mehrere Dinge gesagt, äh, genannt bekommst drumherum. Ähm, also die haben da ein gewisses formales Schema aufgebaut, es ist ein Name und Klassifikation und Zweck und Synonyme und Motivation. Und aber was eben tatsächlich interessant ist, sind halt, äh, dann immer Hinweise zur Anwendbarkeit, Hinweise zu einer allgemeinen, ja, sozusagen, sozusagen, Oberflächenstruktur, ähm, Klassen, die da auch dran, also, Akteure, das ist jetzt sehr C++-nah, dann schon so Klassen, die daran beteiligt sind, aber auch das Zusammenspiel davon und eine Abwägung von Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen, Implementierungen, äh, und, äh, Beispielcode häufig. Und, da geht's halt darum, dass man für einen bestimmten Fall, wenn man merkt, ich schreibe jetzt hier Code, der hat so ein, so ein, so ein ähnlich, das ist ein ähnlicher Einsatz wie von diesem Muster und dann liefert dir das Muster zumindest schon mal einen Design-Input von, also, wenn du jetzt sowas in dieser Art machst, dann solltest du auf X, Y und Z achten und dann hängt da noch das und das und das dran. Und es ging nicht darum, sozusagen, ein fertiges Stück Code, was man nur noch Copy-Pasted irgendwo reinzusetzen, sondern, äh, zu sagen, na, guck mal, es gibt, äh, zum Beispiel, wenn du das Problem hast, dass du Code dynamisiert auswählen können möchtest, dann ist zum Beispiel das Strategy-Pattern eine mögliche Variante, das zu tun. Das sieht dann so und so und so aus und da muss man auf das und das und das aufpassen und den Rest baust du dir jetzt selber zusammen. Ja, das ist ein bisschen wie, wenn ich sage, ich setze mich hin und schneide mir ein Kleid, dann habe ich da ein Wurfsmuster, aber ich muss natürlich trotzdem noch messen, ob mein Bauch ein bisschen dicker ist, meine Beine ein bisschen länger und muss das dann halt anpassen. Ähm, und da ging es tatsächlich dann darum und das ist auch das, was der Christopher Alexander an der Stelle wollte, er wollte ja damit Leuten, äh, eine Auswahl von Mustern an die Hand geben, wo die Muster auch ineinander greifen und zusammenspielen. Also das ist ja auch ein Thema, dass das nicht irgendwie eine wahllose Menge von Patterns ist, wo man sagt, die lerne ich jetzt auswendig und dann nehme ich ab, einmal das und einmal das und einmal das, sondern das soll eine Sprache ergeben, wo man dann anhand von dieser, diesem Zusammenspiel, von den Verknüpfungen zwischen den Teilen dann immer weiß, ah, wenn ich hier drüben das mache und da das mache, dann sollte ich wahrscheinlich hier drüben gleich mal aufpassen, dass ich nicht noch X und Z versauere. Ähm, und diese, diese, diese Sprache, da geht es ein bisschen um Kräfteverhältnisse zwischen den Dingen, ähm, aber eben auch immer dieses, man muss es sich selber zurechtschneiden für den eigenen Anwendungsfall. Ansonsten hätte man das ja auch in eine Library kippen können, das hätte man sagen können, das ist jetzt der einmal fertige Code und der Trick ist aber, das muss da auf einer Ebene greifen, wo ich nicht vorher sagen kann, ah, da braucht man eine Funktion für oder da braucht man dieses Ding oder eine Klasse oder sowas, sondern es ist häufig auch ein, ja, wenn du folgende sieben Zeilen dreimal geschrieben hast, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob du das vielleicht anders anordnen möchtest. Aber das ist jetzt ja vielleicht nochmal interessant für alle unsere Hörer, weil wir haben jetzt ja abstrakt vielleicht irgendwie da mit angefangen, was so Patterns vielleicht so konzeptuell sein sollten und vielleicht gehen wir noch so ein bisschen in die konkretere Implementierung, was es denn so gibt an Sprachpatterns überhaupt und das wir vielleicht die mal erklären und ein bisschen versuchen, wie man das in Python vielleicht macht, wenn man das macht, wenn man die überhaupt braucht. Ja, genau. Also ich meine, die Muster, die sind ja sozusagen allgemeingültig. Das sind ja tatsächlich sehr abstrakte Ideen, die da existieren. Fang vielleicht mal mit einfach an, was eben irgendwie Strategie gesagt. Ja, ich würde woanders anfangen. Ich würde beim Singleton anfangen. Ja, okay. Fangen wir beim Singleton an. Was ist dein Singleton? Die mäßige, die mäßige, schöne Übersetzung ist das Einzelstück. Ich mag es einfach nicht, wenn. Und also da gibt es, es gibt ja so ein paar Kategorien, also das Singleton gehört zu den Mustern aus dem Bereich Creational Patterns. Also wie werden in einer objektorientierten Sprache Objekte erzeugt? So, da gibt es so verschiedene Mustern. Es gibt manchmal den Effekt und gerade in Java ist das halt noch ein stärkerer Fall, dass ja alles als, alles muss eine Klasse sein und manchmal brauchst du aber Code, wo das Objekt nur ein einziges, wo es nur ein einziges Objekt zugeben darf. Ja. Und dieses Objekt soll aber auch gut zugänglich sein. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie das Objekt, in Python ist, es gibt ein Python-Analogum dazu tatsächlich sogar, das ist nämlich das Objekt, was den Logger in dieser Anwendung zum Beispiel repräsentiert. Davon willst du nicht, willst du fünf Logger haben nachher, sondern willst du halt irgendwie, wo ist denn hier die Log-Konfiguration, mit dem Ding möchte ich jetzt reden, da soll jetzt bitte Log-Output rausgehen. Und da gibt es dann halt entsprechende Muster, wo man sagen kann, okay, wenn irgendwer die Klasse in die Hand kriegt und die nochmal neu instanziert, dann dreht die sich um und gibt einfach, statt ein neues Objekt zu machen, dir das eine erzeugte Objekt schon wieder zurück. und dieses konkrete Singleton lässt sich aus Java so auf Python, du kannst es glaube ich codemäßig sogar so bauen, das hat aber nicht die gleichen Eigenschaften, weil die Sprache ja eine andere ist. Und in Python gibt es dafür halt andere Möglichkeiten, sowas zu machen, dass du zum Beispiel sagst, du hast ein Namespace bei dir in deiner Anwendung, ein Modul, das heißt dann Log, Tipp, man sollte es nicht Logging nennen, das geht gerne schief, wenn man die Standardbibliothek startiert, das heißt vielleicht Log und da drin gibt es eine Klasse, das ist dann dein Logger und nach der Definition der Klasse würdest du gleich dieses Objekt instanziieren und wenn du willst, löscht du danach diese Klasse einfach aus dem Namespace von dem Modul wieder raus, dann kann auch keiner aus Versehen so eine zweite Instanz machen und dann muss man wieder dazu sagen, naja, Python als Sprache für Erwachsene, das stimmt halt so auch nicht, weil wenn du die Klasse aus dem Modul dann löschst, dann ist der Name zwar nicht mehr ansprechbar, aber du kannst natürlich auf diesem Singleton-Objekt wieder nach Under Under Class fragen, dann hast du das Klassen-Objekt, dann kannst du da wieder eine neue Instanz von machen, so jetzt kannst du halt hergehen und kannst, wenn du willst, in Python sagen, also der, jetzt muss ich selber überlegen, welche Doppel-Underscore-Methode da die richtige war, nicht init, sondern was create? ne, new, genau, ich habe es zu lange nicht mehr in der Hand gehabt, ich merke, ich mache in letzter Zeit zu wenig Metaprogrammierung in Python, du könntest aber Under Under New nehmen und könntest dort sowas machen wie, wenn es, wenn es auf dem Klassen-Objekt schon ein bestimmtes Attribut gibt, nämlich die Instanz selber von dem Objekt, was du mit der Klasse erzeugt hast, dann liefer einfach das zurück und ansonsten mach einmal ein neues und ansonsten nie wieder, solche Meta-Aktionen kann man damit machen, die Frage ist nur immer, was, wie gesagt, was hat das Pattern für, äh, für, äh, für einen Kontext und es gibt, es gab eine ganze Zeit lang und das wurde so ein bisschen diesen Java-Programmierer-Schmieden, die halt so viele Leute wie möglich die Java programmieren können sollten, rausgespuckt hatten, so Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre, ähm, die sind immer rausgekommen mit, ich kann die Patterns, ich muss alles in Patterns denken und das ist aber in der Informatikausbildung selber ein Pattern, was immer wieder kommt, ähm, dass die Leute irgendwie Werkzeuge in die Hand gedrückt kriegen und dann denken, ich muss alles mit diesen Werkzeugen ausdrücken und eigentlich ist es aber umgekehrt, eigentlich ist es halt, du schreibst halt Code und wenn du die Patterns kennst, dann merkst du vor deinem Auge plötzlich, ich baue hier etwas auf, das riecht wie so ein Singleton, dann sollte ich mir jetzt nochmal kurz Gedanken machen, was wir alles wissen über diese Form von Pattern und ob ich jetzt bestimmte Dinge von Fehlerbehandlung, von bestimmten Edge-Cases, etc., nicht einfach alle gleich glatt ziehe, weil ich weiß, wenn ich das jetzt so und so mache, dann habe ich das hier alles handwerklich ordentlich gemacht und das ist aber ein Bottom-Up-Approach und gelehrt wird das Ganze häufig halt als Top-Down-Approach im Sinne von, du baust deine Anwendung nur noch aus Dingen zusammen, die diese Patterns sind und das ist halt Quatsch, du baust halt die Anwendung erstmal wie du die willst und wenn du feststellst, ah, du hast hier ständig irgendwie Dinge, die eigentlich nach diesen Patterns riechen und dafür ist es dann wichtig, dafür muss man sie halt kennen, dann kannst du es damit leichter und schneller strukturieren und musst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ja. Ja, genau. Ja, ich würde auch sagen, eben genau diese Creational-Patterns, das ist halt so ein, es gibt irgendwie drei Teile, Creational, Structural und Behavioral oder sowas, glaube ich. Da würde ich sagen, ist auch schon eine der Hauptpunkte, dass es halt irgendwie fehlende Sprachfeatures so ein bisschen relevant, weil tatsächlich braucht man diese Patterns vor allen Dingen in Sprachen, wo halt das syntaktische einen Unterschied macht. Ja, also wenn ich halt zum Beispiel in C++ oder auch in Java oder selbst in JavaScript, wenn ich da New sage, um ein neues Objekt irgendwie zu erzeugen, dann habe ich halt das Problem, dass das, also in Python ist es halt, ist ja sozusagen neues Objekt erzeugen gar nicht syntaktisch zu unterscheiden von einem Funktionsaufruf, das sieht halt einfach genauso auf. Und ich kann ja irgendwas zurückgeben, also ich muss ja jetzt, wenn ich ein neues Objekt erzeuge, nicht irgendwie irgendwas New sagen, sondern ich rufe halt eine Funktion auf und dann habe ich halt ein neues Objekt. Aber die könnte da halt auch was ganz anderes machen, auch ein Objekt von einer anderen Klasse zurückgeben oder so. Das geht halt in C++ nicht. Wenn ich da sage, New irgendwie diese Klasse, dann kriege ich halt ein Objekt von dieser Klasse. Also muss ich mir, wenn dann was anderes aber rauskommen soll, halt überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann wird es halt, kriege ich halt irgendwie If-Else-Kaskaden in irgendwie Konstruktoren und dann irgendwann denke ich mir so, das sieht aber hässlich aus, was mache ich denn jetzt? Und dann brauche ich halt Patterns. Oder wirklich den Pfeil auf die Ohren. Und das hat man in Python so, eigentlich würde ich sagen, so viele der braucht man so nicht. Also es gibt vielleicht, ich würde sagen, Ausnahme ist vielleicht das Bilderpattern, das man halt auch in Python vielleicht ganz gut verwenden kann. Dann bitte noch erklären, was ist das Bilderpattern? Bitte? Also das Bilderpattern ist halt sozusagen, wenn man jetzt nicht nur ein Objekt bauen möchte, sondern halt eine ganze Menge von Objekten, dann wird das halt unter Umständen unübersichtlich, wenn ich das jetzt irgendwie, weil da muss ich halt einen Konstruktor machen, der irgendwie riesig wird und ganz viele Argumente übergeben oder so, das ist halt eventuell nicht so schön. Gutes Beispiel dafür ist halt, LXML hat da so ein Ding, wie man sozusagen XML-Dokument zusammenbauen kann. Das ist halt quasi Bilderpattern, kann man sagen. Also wenn man sich das mal angucken will, und da gibt es dann halt für jedes Tag gibt es halt ein Objekt und dann kann man das halt ineinander schachteln und dann sieht das syntaktisch so ein bisschen aus, als würde man XML zusammenbauen und hat dann aber tatsächlich eigentlich quasi halt eine Reihe von Objekten zusammengebastelt. Meistens reicht es aber, also das, wofür dann das Bilderpattern verwendet wird, in anderen Sprachen, in Python reicht es dann meistens irgendwie einfach eine neue Klassenmethode an ein Objekt dran zu machen, die halt dann irgendwie Sachen zusammenbaut. Das geht halt. Anderswo geht das halt nicht so gut, dann muss man halt sich, dann muss man halt das ein bisschen komplizierter machen. Aber es gibt auch in Python Fälle, wo man das Pattern tatsächlich braucht. Und es ist halt schön, das Pattern zu kennen, auch wenn es halt nicht primär um komplizierte Syntax geht. Hat das was mit Factory zu tun, weil das Bilderpattern heißt? Ja, also Factorypattern würde ich sagen, braucht man fast nicht. Das ist genau so etwas, das ist, da das irgendwie da Funktionen, First Class Dinger sind in Python, gibt es eigentlich gar keine Ahnung. Was ist denn das Factorypattern? Fallen wir dann auch wieder so an, wir wollen ja auch ein bisschen erklären. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das genau, äh, ich das gut erklärt kriege. Äh, Buckt irgendwas aus? Wird irgendwas fabriziert auf eine ähnliche Art und Weise? Irgendwas generiert, was ähnliche Eigenschaften besitzt? Ich weiß nicht. Nee, es geht eigentlich eher darum, dass du deine Objekt, äh, Konstruktionen, äh, konfigurierbar machen möchtest. Mhm. Dass du nicht sagen möchtest, also du hast halt nicht irgendwie einen Hammer und ich hätte, was jetzt irgendwie New Hammer, sondern du hättest gerne jetzt einen sehr speziellen Hammer mit einem möglichen, äh, keine Ahnung, und so ein Stil, der so und so lang ist und keine Ahnung, äh, der soll so und so schwer sein und weiß ich nicht und, äh, ja, ähm, jetzt ist halt die Frage, wie konfiguriert es so dieses Ding halt und wo man in Python halt eine Funktion verwenden würde, äh, musst du halt in anderen Sprachen jetzt anfangen, äh, sozusagen da Objekte ineinander zu stapseln. Und, ähm, ja, aber ich kriege es jetzt auch, weiß ich nicht genau, ob ich das so super erklärt kriege. Ich habe mir das auch schon lange nicht mehr angeguckt. Ja, man muss, man muss ja an der Stelle halt auch, ähm, äh, guck mal, das ist wieder, es geht wieder um Syntax halt auch an der Stelle. Ähm, das eine ist, du, äh, benutzt halt plötzlich keinen New Operator mehr an der Stelle, ähm, das geht weg, sondern du, du änderst halt den Aufruf eines traditionellen Konstruktors in halt eine ganz normale, äh, Funktion oder Methode, ähm, und kannst halt, ähm, äh, tatsächlich auch unterschiedliche, ähm, Semantiken haben. Also hier wird zum Beispiel gerade ein Beispiel aufgeführt von hab eine Farbklasse, ja, und du willst jetzt eine neue Farbinstanz haben und sagst einmal Create from RGB oder Create from HSV oder solche Sachen, ähm, das kannst du damit ein bisschen expliziter machen, ähm, speziell wenn du dann halt wirklich unterschiedliche, äh, Semantiken haben willst oder das Ding noch 13 andere Dinge tun soll oder eben gar kein New aufruft, sondern das Ding von woanders ran zerrt, ähm, da sind, da sind Konstruktoren halt häufig einfach extrem begrenzt, äh, was die Flexibilität angeht. Und das ist tatsächlich in Python halt ein, naja, Init ist halt, Init und New sind halt auch nur ganz normale Funktionen, die kannst du parametrisieren, benutzen, wie du willst, da ist Python halt einfach in der Ecke voraus gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man halt noch was draus lernen, ich mach das auch gerne manchmal, dass ich Konstruktoren hab, äh, oder solche Factories hab, die, ähm, äh, eben dieses aus unterschiedlichen Kontexten raus initialisieren. Es ist in der Python-Bibliothek selber auch drin, wenn man sich DateTime zum Beispiel anguckt, dann gibt es da mehrere, so, das sind dann entweder Klassen- oder statische Methoden, die heißen dann irgendwie from Timestamp oder from was auch immer, ähm, ähm, um dann halt ein Objekt dieser Klasse zu erzeugen, aber eben mit völlig anderen, äh, äh, Ansätzen und der Code ist natürlich leichter zu strukturieren, als wenn du nur einen Konstruktor hättest, wo 23 Parameter drin sind, die sich alle nicht auf den Füßen rumtreten dürfen. Ähm, ja. Ja. Okay, ja. Ja, dann, äh, machen wir doch weiter mit, was für, äh, würdet ihr als nächstes nehmen? Eigentlich hatten wir ja mit dem Singleton angefangen und mit den verschiedenen Arten. Achso, ja, 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 genau, auch zu Singleton wollte ich auch noch kurz, äh, genau, oder was ich, äh, meistens verwende, oder was für meine Anwendungsfälle, wo ich sowas hab, hab wie den Singleton, äh, meistens reicht, ist tatsächlich irgendwie eine Variable in einem Modul. Weil das ist ja, das Modul ist schon ein Singleton irgendwie und wenn ich da halt ein, äh, irgendwas dran packe, dann, äh, ist das halt überall gleich, wenn ich das irgendwo importiere. Ähm, äh, es gibt, äh, da so ein Pattern von, von, von Alex Martley, wenn man tatsächlich sowas braucht wie Shared State über, dann, aber manchmal braucht man nicht unbedingt immer die gleiche Instanz, sondern nur, dass sich alles immer gleich irgendwie verhält und die gleichen, den gleichen State hält, da kann man das Borg-Pattern verwenden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Singleton. Ist das Borg-Pattern? Mhm. Ist kein originales Gänge vor. Nein, aber das ist halt sozusagen irgendwie eine etwas pythonischere Variante. Äh, äh, ja, und es gibt dann natürlich auch noch die, also man kann tatsächlich auch das so machen, dass es halt so ist wie Singleton in anderen Sprachen, dann meistens irgendwie muss man dann so Metaprogrammierung mit New und keine Ahnung, ist aber dann schon nicht mehr so richtig einfacher und meistens, wie gesagt, also meiner Erfahrung nach braucht man es eigentlich nicht. Äh, ja. Äh, ja. Okay, also was für Pattern haben wir denn noch? Also ich, ähm, kann es natürlich die Liste hernehmen, aber wir haben jetzt Single-Ding gehabt, wir haben kurz Factory, wo ich ehrlich gesagt habe. Ja, es gibt noch zwei, die jetzt aus meinem, sozusagen aus meiner Historie immer relevant waren, das waren Proxys und Adapter. Ja, und Interface. Ja, also, äh, da muss ich mal die, die ganz ollen, kleine Gamellen rausholen. Ähm, also SOP3, äh, war damals tatsächlich, also SOP2, ähm, und deren Nachfolger ist SOP4 und SOP5. Wie bitte was? Da gab es auch einen. SOP? SOP? SOP, genau, es ist, äh, der Open-Source-Urgroßvater der Applikationsserver, ähm, Z-O-P-E, SOP. Ach, SOP. Ähm, ja, okay. Ja, genau. Und, ähm, das war ursprünglich ja so ein Through-the-Web, ähm, Entwicklungsumgebungstool, ähm, wo man halt nur durch den Browser mit Python und so ein paar HTML-Template-Sprachen, äh, sich extrem schnell Web-Anwendungen zusammenbauen konnte. Ähm, das war Original 96 entstanden, glaube ich. Und, äh, 2001 rum gab es da einen Aufschlag zu sagen, so, bauen wir alles nochmal neu mit besserem Engineering. Und da kam dann so ein SOP3-Projekt raus und da gab es schon mal so eine Zwei-nach-drei-Transition, die nicht so smooth war. Ähm, für SOP war es tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch dann der, der Untergang im Sinne von, das war sowas anderes, man hätte es nie SOP3 nennen dürfen. Äh, es hat einfach nichts, also richtig gar nichts mehr mit dem, äh, mit dem vorherigen Ding zu tun gehabt. Da war die, ähm, da war halt eine der Grundideen, dass es möglich sein sollte, ähm, Libraries und Anwendungen oder Anwendungskomponenten, das nannte sich dann auch Komponentenarchitektur, ähm, so miteinander zu verheiraten, äh, dass es eine zentrale Registry gibt, in der aufgezeichnet wird, ähm, wie man Dinge miteinander verbinden kann. Also das war dann sehr stark interface-basiert, das ist jetzt auch was, was in anderen Sprachen, ähm, stärker verankert ist als Python. Ähm, und da hatten wir extra eine, eine Interface-Typ für entwickelt, mit dem du dann deklarieren konntest, okay, das hier ist ein formales Interface, das muss folgende Methoden haben, die Methoden müssen folgende Parameter haben. Also ein Interface ist ja ein anderes Design-Pattern. Ne, Interface ist noch nicht mal so richtig ein Design-Pattern. Interface ist, ähm, kommt eher aus dem Bereich der Typsysteme, ähm, und ist in einigen Sprachen sozusagen eine Möglichkeit, Schnittstellen zwischen, ähm, Code halt zu explizieren. Also in Java ist es ja sehr explizit, und in C++ auch, ähm, ich glaube, Modula 3, damit hatte ich gelernt, ist es auch so ein Ding, Dinge, die du nicht deklarierst, kannst du nicht ansprechen sozusagen. Ja, du musst halt sozusagen immer, wenn du eine Funktion aufrufst oder eine Methode aufrufst, irgendwie, wenn du dir irgendwas übergibst, musst du dir halt sagen, was das denn ist, äh, kannst du ja nicht einfach irgendwas übergeben. Und, ähm, wenn du jetzt, äh, Objekte unterschiedlicher Art da reintun willst, dann müssen die zumindest, äh, quasi vom gleichen Interface erben, sonst geht das halt einfach nicht. Ja, du kannst halt, du könntest zum Beispiel, ähm, äh, äh, sagen, äh, okay, ich hab hier irgendwie eine Methode, die schreibt irgendwie, zum Beispiel, die lockt irgendwas weg oder so, ähm, ähm, äh, und ich geb da jetzt irgendwas rein, aber du, was du jetzt reingeben möchtest, ist, dass einmal vielleicht irgendein Log-File in das reingeschrieben wird, aber du möchtest vielleicht auch, dass das irgendwie übers Netz in irgendein Socket geschrieben wird. Und dann kannst du sagen, okay, Socket und mein File haben beide ein File-like-Interface sozusagen, das sie implementieren, äh, oder dann halt auch explizit davon erben, wenn du das halt, äh, irgendwie so machen willst. Und dann, äh, äh, kannst du das halt dann, äh, äh, sozusagen, sagst du in der Methode, ähm, ähm, also ich hab hier, hätte gern ein, äh, äh, Ding, das das File-Interface, äh, äh, sozusagen, äh, implementiert und, äh, kannst dann sozusagen darauf dann irgendwie Write aufrufen oder so, ne? Und die Menge der Methoden, äh, äh, sozusagen, die man da aufrufen kann, das ist halt das Interface, ja. Also die Idee ist, äh, äh, der wichtige Unterschied ist, dass du mit, äh, Interfaces halt Implementation und Spezifikation voneinander halt, äh, trennst. Das heißt, ich hab eine Art abstrakte, äh, Vordefinition. Ja, also in, wir hatten es damals so gemacht, es gab einen speziellen Klassentyp, ähm, ähm, also eine, eine Basisklasse-Interface, die konnte auch keinen, äh, keinen richtigen Code haben, ähm, da wurde halt so, ähm, da hattest du immer nur Rümpfe von Methoden gehabt und dann konntest du halt deklarieren, äh, dass eine bestimmte Klasse dieses Interface implementiert und wichtig ist eben, dass die Implementationen nicht voneinander geerbt haben. Es gab nicht irgendwie eine Basis-Implementation oder du könntest das Interface gegebenenfalls sozusagen sowas wie eine abstrakte Basisklasse nennen, ähm, aber das ist expliziter noch viel weiter voneinander entkoppelt worden. Und Python, normalerweise, da gibt's ja das sogenannte Ducktyping, äh, das heißt, solange es sich so verhält, wie es soll, ist mir als Laufzeitumgebung völlig egal, was du reinstopfst. Ähm, das ist ja dann jetzt mit, äh, die Type-Annotations kannst du da jetzt Laufzeitumgebungen nehmen, die das halt ein bisschen strenger, äh, behandeln und, äh, auch mit statischer Analyse schon mal versehen, aber da ging's uns tatsächlich mehr darum, wenn man solche Annotationen hat, äh, dass man daraus dann auch, ähm, den Vorteil zieht, dass ich sage, okay, ich definiere ein Interface für etwas und, wenn ein Objekt ein Parameter eines bestimmten Typs erwartet, oder ein Objekt erwartet, das ein bestimmtes Interface erfüllt, dann wird nicht einfach gesagt, nee, du bist kein Objekt, also du implementierst dieses Interface nicht, sondern was dann passiert ist, dann wurde ein Adapteraufruf gemacht, man hat also das Ursprungsobjekt genommen, was jetzt als Parameter in die Funktion reingereicht wurde und hat dann geguckt, welches Interface soll es denn erfüllen, hat einen Adapteraufruf gemacht und hat gesagt, so, liebe Laufzeitumgebung, ich hab hier ein Objekt gekriegt, mach bitte, dass es ein iLogger ist. Und dann konntest du in der Laufzeitumgebung vorher registrieren und sagen, ah, also, wenn jemand einen iLogger braucht und einen String bekommen hat, dann mach bitte folgendes und dann kommt da dieses Objekt raus. Oder, wenn eine Methode einen iLogger braucht und da kommt ein Socket raus, dann da wurde ein Socket übergeben, dann mach bitte das und geh dann weiter. Und da kannst du sozusagen immer wieder beliebige Typtransformationen mitten reinsetzen und hast dich dadurch flexibilisiert, dass jemand anders plötzlich anfängt, okay, ich geb dir, liebes Programm, jetzt plötzlich Objekte anderen Typs rein und deklariere an der dritten Stelle, wie diese Typtransformationen zu laufen haben und dann kann ich plötzlich halt Anwendungen auf Art benutzen, die nie so vorgesehen waren. Hört sich nach großer Magie an. Das war ein Haufen Magie, da war ein Haufen Engineering drin, um das auch schnell zu kriegen. Also, das war wirklich so, wenn man bei Soap nachher in einer ernsthaften Anwendung mal eine Seite aufgerufen hatte, dann waren in einem Call bestimmt eine halbe Million Adapter Calls drin. Und die waren aber auf C-Ebene halt so optimiert, das waren halt nur ein paar Millisekunden, die dafür draufgingen. Das war alles extrem schnell. Da wurde extrem viel Arbeit reingesteckt. Und da gibt's wirklich, also da gibt's Architekturen, die wir in Anwendung hatten, die waren extrem, extrem interessant. Problem ist aber, die sind auch extrem aufwendig zu pflegen. Also, da spielst du dann halt Informatik wieder mit in der Klasse von, wir ziehen uns jetzt alle den Laborkittel an und designen das jetzt hier ordentlich durch, ansonsten fliegt uns das alles um die Ohren. Da ist so ein iteratives Vorgehen, hat nur so begrenzt getragen, weil du halt häufiger recht große, starre Refactorings hattest, die du dann halt nehmen musstest. Aber, dieses Adapterpattern hat's extrem flexibel gemacht. Also, das war schon, war schon richtig gut. Mhm. Und das zweite, wo ich mich hier in Fanatismus und Rage vor euren Augen im Video begeben hatte, war dann, was da auch eine Rolle gespielt hat, waren sogenannte Proxy-Patterns, dass also ein Objekt anstelle eines anderes irgendwo reingereicht wird und er emuliert alle Attributzugriffe und alle Funktionsaufrufe, macht irgendwas und reicht den Originalaufruf dann an das Originalobjekt halt weiter. Damit kannst du zum Beispiel sowas machen wie ein Logging-Proxy. Und das geht in Python tatsächlich total super. Du kannst ein Objekt bauen, der alle Attribute und Methodenzugriffe halt an ein anderes übergibt und währenddessen zum Beispiel mitschreibt, ja, hier wurde gerade folgende Methode mit folgendem, äh, äh, mit folgendem Parameter aufgerufen und der Code, der das Objekt reingereicht kriegt, der muss aber davon nichts wissen. Der denkt einfach nur, hier kommt ein Objekt, was halt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Datei ist. Eine Middleware quasi. Genau, und sowas wie eine Middleware, nur genau umgedreht, im Prinzip. Du injectest das Ding in was anderes rein. Okay. Eine Middleware ist ja typischerweise was, was in der Pipeline irgendwo drin sitzt und du kannst aber halt beliebig im anderen Code das Ding einfach unterjubeln. Und das, das läuft dann durch diesen Code mit durch. Und wie mache ich das? Ähm, das ist relativ easy. Also, ähm, die Frage ist immer, wann du bei Python mit irgendwelchen Metafunktionen auf die Schnauze fliegen möchtest. Hahaha. Also, die ernsthaften Proxys, die wir hatten, waren dann Security Proxys. Ähm, die waren in der Lage, äh, anhand von, äh, Access Controls und einer relativ aufwendigen Architektur tatsächlich für jeden einzelnen Funktionsaufruf zu sagen, ob der zulässig ist oder nicht. ob dieser User mit den Rechten auf dem Objekt, das da aus der Datenbank kam, wenn das Objekt dann auch noch zu dem Kunden gehört, da so, darf der jetzt diese Funktion aufrufen, ja oder nein. Äh, das war, das war halt eine sogenannte Subject-Oriented Security und, das ist so ein Unterschied heutzutage, viele Systeme haben nur, äh, äh, View-Oriented, äh, dass du halt sagst, okay, darf ich jetzt diesen View anschauen oder nicht? Und da war es aber tatsächlich so, dass wir über diese, dass wir praktisch alle Objekte, die aus der, aus, aus der originalen, ähm, Factory mal rausgefallen sind von, okay, hier ist deine Datenbank-Connection oder, äh, sowas, die wurden in solche Security-Proxies eingepackt und dann konntest du nachher wirklich für jeden einzelnen Attributzugriff, äh, aussteuern, ob da jetzt Security, äh, eingreifen soll und sagen soll, nee, User mit den Permissions dürfen halt auf die Passwortfelder nicht zugreifen. Und wenn du das in deinem Template-Code aber gemacht hast, dann ist aber der ganze Request abgewürgt worden mit, das geht so nicht. Äh, da musst du halt dann, äh, noch einen Check gegenbauen und sagen, ah, der darf das nicht, dann wird das Template ordentlich gerendert und ansonsten hast du aber immer den Safety-Belt, das ist dein Framework, selbst wenn du Blödsinn im Code schreibst, du musst da nicht drüber nachdenken, darf ich jetzt hier das Passwort rausrendern oder nicht, das geht nicht raus, im schlimmsten Fall wird die Seite halt abgebrochen und sagt so, hier ist nix. Und die mussten wir aber tatsächlich auf C-Ebene schreiben, um wirklich alles komplett unterbinden zu können an Protokollen, die Python so kann, mit den Doppel-Underscore-Methoden. Einen einfachen Proxy kannst du in Python schreiben, indem du einfach nur sagst, das ist eine Klasse, die hat ein Init, da übergibst du das Objekt, was geproxied werden soll, also was eingepackt werden soll und dann kannst du über die getAttribute-Protokolle dann halt sagen, okay, aha, hier versucht jemand gerade zuzugreifen auf folgendes Attribut und jetzt kannst du ein bisschen Log-Output erzeugen und danach halt das Original-Objekt mit genau diesem Objekt wieder aufrufen. Und das ist der Vorteil bei Python, was diese Patterns angeht, mit Python als Protokoll-orientierter Sprache, du hast immer irgendwas, was keine spezielle Syntax braucht, sondern du kannst in der Metaprogrammierung immer diese Doppel-Underscore-Methoden benutzen, um dann wieder über das System selber zu reden. Also dann Magic quasi direkt auf den Objekten, während die gebaut werden. Jetzt müssten wir im Podcast sozusagen ein bisschen Live-Coding machen, um da ... Ja, ich kann mir ganz genau vorstellen, an welcher Stelle das indiziert werden soll. Wenn du jetzt sagst, dass das schon gebaut wird, jetzt weißt du, die Innet ist dann quasi schon durch. Also der Konstruktor ist quasi geschirren und dann habe ich ein fertiges Objekt. Genau, das ist aber das Proxy-Objekt. Also es hat aber doch erst ein Proxy-Objekt gebaut und das dann quasi die anderen Innet-Methoden erst aufruft und während ... Nein, du hast ein Proxy-Objekt, das kriegt das Objekt, was du hinter dem Proxy haben möchtest oder das reichst du dem rein? Also, ich versuche es ein bisschen bildlicher zu machen. Du hast ein Objekt aus deiner Anwendung, zum Beispiel den Datensatz von einer Person aus der Datenbank als Objekt. Class Person und die Instanz davon, die aus der Datenbank kam und jetzt mit den Daten gefüllt wurde, die hast du vor dir. Person A. Person A. So, und jetzt würdest du sagen, ich habe einen Proxy, der loggt alle Zugriffe auf Attribute von Objekten mit. Das Ding weiß nichts von Personen, Klassen oder irgendwas. Aber ich stanziere jetzt quasi den Proxy mit dem Objekt Person A. Mit dem Objekt Person A als Parameter. Bei dem Proxy heißt dieses Objekt intern nur Kontext, zum Beispiel. Das speichert der bei sich auf Under-Under-Kontext, zum Beispiel. Under-Under-Kontext, ja. Genau. Wichtig ist Under-Under, also auch hinten, damit es in Private Namespace kommt und so. Und wenn jetzt, jetzt implementiert der Proxy, noch eine zweite Methode. Wenn du es ganz einfach machst, nimmst du Under-Under-Get-Attra-Under-Under. Die wird ja immer dann getriggert, wenn jemand auf ein Attribut zugreift, was nicht definiert ist. Mhm. Da der Proxy selber kein Attribute hat, wird es immer getriggert. Mhm. In dem Moment würde er dann zum Beispiel ein Print machen von, ja, hier wurde jetzt auf folgendes Attribut zugegriffen. Mhm. Und ruft dann Self.Under-Under-Kontext, Under-Under-Get-Attra dieses Objekt auf. Mhm. Diese Attribut-Name auf. Er reicht sozusagen den Methodenaufruf eins zu eins weiter. Mhm. Und gibt es auch wieder zurück. Damit sieht, und dieses Objekt kannst du jetzt jedem anderen, der von Logging, keine Ahnung hat, einfach in die Hand drücken. Und könnte es damit zum Beispiel tracen, wer ruft denn hier auf diesem Objekt jetzt, wenn ich jetzt folgenden Client-Code habe eigentlich was auf. Was wird dann gemacht? Und da würde ich dann immer noch einen Debugger bauen oder sowas quasi. Kannst du dir einen Debugger mitbauen, einen Flow-Debugger. Mhm. Genau. Oder kannst du halt auch sozusagen, ja genau, einen Debugger. Kannst du zum Beispiel auch was machen mit, aha, den Code da hinten kann ich nicht ändern, weil der ist so irgendwie, keine Ahnung, wie komme ich nicht ran, aber jetzt mache ich so ein Proxy-Objekt und wenn jemand auf dem Proxy-Objekt die Methode A aufruft, dann starte ich ein PDB. Mhm. Ja, so. Und das ist halt ein Proxy, du wickelst, du wickelst etwas ein und gibst das eingewickelte Ding weiter mit dem anderen, mit dem Original drin. Da kann ich quasi alles mitlesen, was der da an Daten, was irgendwo aus der Datenbank zieht, wenn ich den Proxy drauf habe. Genau, also in Python kannst du, wie gesagt, es ist immer die Frage, diese Double-Under-Methoden, wenn du, wenn du sagst, der andere kann alles an Python schreiben, was, was gibt und du hast den Client-Code, der ist völlig unbekannt, dann musst du den auf C-Ebene schreiben, um wirklich sicher zu sein. Wenn du aber weißt, was der andere Code macht, dann kannst du Proxys auch rein in Python schreiben. Es ist nur in Python, wenn jemand gegen dich arbeitet mit deiner Metaprogrammierung, dann kommst du gegen das Gegenarbeiten auch erst wieder an, wenn du weißt, wie er gegen dich arbeitet. Mhm. Ja, das ist, damit kannst du keine Security bauen, aber du kannst halt, du kannst hilfreiche Dinge bauen. Mhm. Oder du kannst zum Beispiel eine Proxy bauen, der alle Methodenaufrufe cached. Mhm. Okay. Und das Schöne ist, du kannst das dann halt machen für Objekte, die du selber nicht unter Kontrolle hast. Also, das ist sozusagen, du hast einmal, die Objekte kommen von irgendwo, wo du den Code nicht ändern kannst, und du steckst ihn in irgendwas rein, wo du auch nicht ändern kannst, was da passiert, und ein Proxy kann da an der Stelle halt dann plötzlich neue Fertigkeiten einführen, die mit beiden Code-Basen im Prinzip nichts zu tun hatten. Ja, da gibt es verschiedene Magie mit dem Flow irgendwie, was, ne? Genau. Genau. Okay, also das war der Proxy-Pattern. Das ist ein ganz interessanter Pattern. Ja, genau. Okay. So eine Strategy ist halt auch was ganz Interessantes noch, so vielleicht, das wäre so eins, was ich reinbringen würde, aber Max, Joachim, magst du vielleicht noch eins? Ja, also ich würde, zum Beispiel Fassade, das ist halt sozusagen wie, baut man eine API sozusagen, wenn man eine komplizierte Geschichte hat mit vielen Objekten oder so, dann baut man davor halt eine API, die jetzt irgendwie einfacher zu bedienen ist. Das ist auch etwas, was man häufig hat, und würde ich jetzt sagen, so in Python, was man da ganz oft macht, eben ist ja eben nicht das Pattern zu verwenden, sondern das halt irgendwie in, dann da in eine API zu schreiben sozusagen, was halt exportiert werden soll und quasi alles so umzuorganisieren, dass es dann halt von außen gut aussieht. Ja, genau. Ja. Decorator sind in Python Sprachfeature inzwischen. Ja. Das war, das war auch mal ein separates Muster. Äh, aber ich meine, Decorator Pattern ist das nicht das, wo man so etwas machen kann, wie wenn man aus einem Pfeil liest, dann die Leerzeilen wegschmeißen oder sowas. Man rappt den Funktionsabruf in irgendwas, Input und Output kann man dann immer modifizieren. Ne, das ist das, das ist ein Python Decorator, also das mit dem Add irgendwas drüber, aber ich meine, das Decorator Pattern wäre ein bisschen anders, aber vielleicht täusche ich mich auch, weiß ich nicht mehr genau. Ich meinte, das wäre halt irgendwie sowas, dass du halt sozusagen einem, eben, äh, du tust halt so, als wäre das ein normales Pfeil, aber in Wirklichkeit schmeißt das Objekt, was du halt mit dem Decorator Pattern gebaut hast, halt intern, weiß ich nicht, sowas wie Leerzeilen weg oder Dinge, die nicht gepasst werden können oder so. Und dann. Tatsächlich ist es gerade auch so ein bisschen ähnlich zu dem Proxy, wie wir es beschrieben haben. Da ist in Python der Unterschied nicht so groß. Ja, ja. Hier wird nochmal, also ich gucke gerade immer so ein bisschen nochmal die Wiki-Seiten nebenbei nach. Beim Decorator wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass man hier halt chainen kann. Das kannst du mit dem Proxy aber auch machen. Ja. Dass du ja mehrere hintereinander schaltest. Ja. Ja. Ansonsten, was mir noch, au, äh, letztens ist mir das aufgefallen Mysterium, ich weiß nicht in welcher Episode wir das hatten da habe ich mich irgendwann mal gewundert da dachte ich zuerst das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein ob das jetzt irgendwie eine Python 3.8 Neuerung gewesen wäre oder so, ich weiß es nicht, ich hatte mit Listen von irgendwelchen Dingen zu tun, mit Listen von Integers und das war deutlich kleiner als ich das gedacht hätte ich dachte so, hä, komisch warum, also es braucht tatsächlich nur irgendwie 8 Byte irgendwie pro Integer eigentlich hätte ich jetzt mit deutlich mehr gerechnet irgendwie, weiß ich nicht, eher so 23 oder weiß ich irgendwas von dem Dreh warum ist denn das so viel kleiner und die Antwort darauf habe ich jetzt gefunden und das ist eigentlich blöd aber ich weiß nicht, wisst ihr das zufällig oder hättet ihr eine Ahnung gehabt, was das hätte sein können also ich habe halt eine Liste gemacht mit irgendwie, weiß ich nicht 100 Millionen Integers und das war halt dann bloß 800 Megabyte im Hauptspeicher und ich hätte aber eigentlich erwartet das hätte deutlich mehr sein müssen ok, der Renaudanzen weggelassen, oder? ja, nee, das was da das was da tatsächlich passiert ist, ist halt intern benutzer der Python Interpreter auch ein Pattern, um halt Integers, und zwar nur kleine Integers sozusagen, da Hauptspeicher zu sparen, und das Pattern nennt man Flyweight und die die Integer von 0 bis 255 glaube ich, sind halt irgendwie immer die gleichen, also man kriegt immer das gleiche Integer sozusagen zu sehen und deswegen ist das halt im Hauptspeicher deutlich kleiner das heißt also es gibt halt sozusagen nur ist ja auch eine Form von Singleton es hat auch, es ist ähnlich zu Singleton genau also eigentlich ist das halt irgendwie für solche Dinge gedacht wie, du hast halt wenn du jetzt einen weiß ich nicht einen Text Processor hast, irgendwie so ein Programm was irgendwie sowas wie Word oder so und wenn das jetzt irgendwie Buchstaben rendert, dann willst du halt nicht immer quasi alles was halt in der Buchstabe ist halt ein Objekt, dann willst du nicht immer alles für jeden Buchstaben, was da dran hängt nochmal haben, sondern du willst es halt nur den Teil in dem Buchstaben austauschen der halt ausgetauscht werden soll und der ganze Rest bleibt ja einfach immer gleich und genau sowas ist es eigentlich gedacht und in Python wird es halt auch für Integers verwendet und deswegen ist halt wenn man jetzt sagt Liste von 100 Millionen Integers also für i in Range weiß ich nicht, 100 Millionen aber dann sagt man halt irgendwie sowas wie 0 oder 5 oder so dann ist das halt sehr klein aber wenn man sagt nicht also nicht 0, sondern irgendwie i dann wird es plötzlich sehr groß also dann hat man den Vorteil nicht mehr aber genau da hatte ich mich irgendwann mal drüber gewundert und jetzt habe ich irgendwann zufällig gesehen woran das lag ja also in Python gibt es da noch den Begriff Interning für das ist sozusagen da wird das kann man auch ganz gut sehen wenn man halt die Objekte dann mit einem Identitätsvergleich halt anguckt dann sind es halt tatsächlich wirklich immer dass das is das gleiche ist und das gibt es bei Strings halt auch da gibt es auch in einem bestimmten Bereich irgendwas mit Strings die kürzer sind als so und so lang und kein Leerzeichen enthalten und du machst ihn zweimal also du jagst ihn auch zweimal durch den Literal durch sind am Ende die gleichen Strings das ist so ähnlich wie bei den Integern und also das was ich halt sonst immer noch ganz gerne mag ist das Strategy Ding und das ist im Prinzip halt das Thema von wie du halt Code flexibilisieren möchtest und zwar gegebenenfalls auch noch auf eine pluggable Art du könntest halt normalerweise wenn du ein komplexes If-Else hast oder If-Else 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 Elif und du willst es flexibilisieren weil da kommt noch ein Fall dazu noch ein Fall dazu noch ein Fall dazu zum Beispiel sowas wie aha du möchtest unterschiedlichen Code ausführen je nach Sprache die wir unterstützen dann kannst du halt das lange Elif so refaktorieren dass du jeden Teil davon in eine eigene Funktion packst und entweder legst du die alle nach einem bestimmten Schema benannt in eine Klasse sagst also sozusagen äh Class ähm Country Format Country Address Format und die Methoden da drauf sind dann entsprechend zum Beispiel die ISO-Codes von den Ländern und wenn du dann für ein eine Adresse die du hast äh dann sowas formatieren möchtest dann kannst du sagen so dann schnappen wir uns die Klasse lesen von dem Objekt runter den ISO-Code von äh dem Land und rufen dann die Methode auf deren Namen dem ISO-Code entspricht und dann kannst du natürlich dir auch überlegen das muss ich ja nicht unbedingt auf einem auf einer Klasse machen ich kann dir auch einfach ein Dictionary irgendwo hinlegen wo diese ISO-Codes drin stehen und lade damit sozusagen andere äh Drittanbieter Packages ein in dieses Dict hinein andere Arten von äh noch andere ISO-Codes reinzuschreiben die ich halt noch nicht kannte und mein Code ist dann in der Lage halt jede beliebige Art der Formatierung aufzurufen oder jemand anderes kann auch hergehen und kann sagen hey ich definiere diese äh dein Format für italienische Adressen gefällt mir nicht also überschreibe ich jetzt diesen Dict-Eintrag äh von IT mit meiner eigenen Methode und der Code der aber jetzt auf der das aufruft der hat halt jetzt keine hart codierten äh äh LFLs Zweige mehr sondern der macht immer bloß noch dieses Dictionary Lookup von ja mit welcher Methode soll ich es denn formatieren ähm und das ist dann halt eine sogenannte Strategy im Prinzip hm ja und was ist ein Observer? äh äh ich gucke nach muss ich hier auch nachgucken also ja let me google this for you also ich glaube das ist ah doch warte mal das ist halt äh wenn du benachrichtigt werden möchtest über irgendwie wenn sich irgendwas geändert hat also quasi auch ob sie dir ein Bescheid sagt ja du äh äh nee registrier also die registrierst du registrierst dich halt irgendwo quasi also alle die benachrichtigt werden möchten registrieren sich irgendwie und dann rufst du da einmal halt das auf äh und dann werden halt alle benachrichtigt ach Gott ja ist es lange her dass ich mich wirklich damit verstehe ich habe ähm ja also das hat man im Soap auch das war tatsächlich auch eine ganze das war das Event Handling System tatsächlich ähm das ist halt ein du hast zwei Enden die da mitspielen müssen das eine ist ähm du möchtest halt dass zu bestimmten Ereignissen in deiner Anwendung andere Leute flexibel definieren können was da alles noch passieren soll das heißt du hast sowas wie okay ich habe hier eine Methode ein Datensatz wird geändert dann änderst du den Datensatz am Ende von der Methode schreibst du einmal sowas rein wie eventsystem.event oder Trigger und dann kannst du zum Beispiel übernehmen übergeben den Namen eines Events a la Changed Record kannst auch kannst alle möglichen Sachen machen um das nachher zu identifizieren du kannst auch singleton Objekte machen um Events zu registrieren oder Interface oder was immer aber so im einfachsten Fall sagst du sowas wie Event Trigger Event Name und danach übergibst du zum Beispiel irgendeinen eventspezifischen Payload das ist in Python ja auch schön zu machen weil du ja auch mit Stern-Arcs Stern-Stern-KW-Arcs arbeiten kannst aber du würdest halt zum Beispiel sagen so Record Change als Event und hier ist das Objekt was sich geändert hat und jemand anders kann zu dem Eventsystem als unparteiischen Dritten hingehen und sagen so hier ist eine Funktion die übergebe ich dir jetzt die rufst du bitte immer dann auf wenn ein Record Change Event kommt das ist so wie man es mit JavaScript ja auch kennt dass man sagt ich möchte bei einem Mausklick benachrichtigt werden ich möchte bei einem Tastaturanschlag benachrichtigt werden so kann man das natürlich auch einfach für beliebige Dinge kodieren und wichtig dabei ist halt das ist ja daraus baut man sich sein eigenes Framework in JavaScript ist über das DOM ja definiert welche Events da gibt und das ist eine Art wie man sich selber solche Events halt bauen kann dass man sagt so okay wenn auf einem Record Objekt das Save aufgerufen wird dann triggert der gleichzeitig noch wenn sich tatsächlich was geändert hat diesen Event und dann kannst du zum Beispiel solche Dinge tun wie wieder loggen oder nochmal ein anderes Event mitschreiben oder keine Ahnung also quasi Eventsignale abfangen kann man Signale abfangen genau und wichtig ist halt an der Stelle das ist in Python dann typischerweise eine synchrone Aktion weil ja im Prinzip du rufst die eine Funktion auf die ruft dann die macht ein sogenanntes nennt sich auch Method Dispatch die ruft dann auf die guckt dann nach da kann man auch überlegen darf es mehrere Händler geben oder nur einen in welcher Reihenfolge werden die aufgeführt das sind dann so wirklich so differenzierte Betrachtungen von dem konkreten Eventsystem was man sich baut oder gibt es nur ein Best Match von je nachdem dass ich auch noch auf Typen von den Parametern matche sowas wie ich will aufgerufen werden beim Record Change aber nur wenn der Record vom Typ Person war und solche Sachen und dann kannst du halt solche Dinge machen wie der erste ein User setzt eine Bestellung ab und anderer Code von dir ein anderes Modul ist zum Beispiel dafür da eine E-Mail rauszuschicken wenn der User seine allererste Bestellung abschickt ja dann kannst du das halt als völlig da geht es immer also häufig geht es bei diesen Sachen darum wie kann ich Code so geschickt modularisieren dass ich halt später wenn ich die Anwendung umbaue möglichst wenig umstricken muss und mir selber auf den Füßen stehe idealerweise kannst du halt dann auch so mit sowas wie Feature Flex ganze Module stilllegen und das ergibt aber trotzdem noch eine konsistente Anwendung und nicht ah da musst du in der Klasse die drei Zeilen da wegschmeißen in der Klasse die drei Zeilen in der Klasse die drei Zeilen sondern daraus kriegst du halt so eine komponierbare Anwendungsarchitektur im Prinzip nachher und auch da wichtig Patterns sind etwas die entstehen erst wenn man etwas macht deswegen ist das ja ein sehr handwerkliches Buch ein handwerkliches Konzept im Sinne von die haben halt das ist nichts was man sich hinsetzt und sagt wir designen jetzt hier mal ein paar Patterns sondern das ist halt ein so wir haben jetzt hier in Sohn's Field drölfzig Anwendungen geschrieben und das da sehe ich ständig in Variation was ist denn jetzt die Essenz von diesem Ding in Variation so ah ok das ist ein Published Substance das ist ein Observer ok alles klar da hat man also dieses Ende und jenes Ende und das Ende und hier jetzt geht der Blumenstrauß auf von wie könnte man das eigentlich alles bauen und das heißt aber nicht dass man das halt jedes Mal ständig in der Vollausprägung baut ich weiß ich sage das jetzt zum dritten Mal aber ich habe auch gelernt wenn man Dinge zum siebten Mal sagt dann hat es die Hälfte der Leute zum ersten Mal gehört und ich habe heute gelernt weil du gerade vom Blumenstrauß an Methoden sprach es gibt auch Welke Blumen in Blumensträußen ja genau es gibt auch Welke Blumen möchtest du Welke möchtest du unter den Patterns Welke Blumen suchen ja tatsächlich du weißt ja nicht genau irgendwie was dann stimmt wenn du jetzt davon noch keine Ahnung hast und die eben nicht durch Pattern von vornherein verstehst oh ja lass es das dies und jenes sondern du versuchst halt dich irgendwie an eine ich sage mal clevere Architektur zu halten oder eine die du für clever hältst vielleicht weil du es noch nicht verstehst oder denkst du möchtest halt in die Richtung entwickeln um möglichst flexibel oder modular zu bleiben oder so oder halt verschiedene Schnittstellen aufmachen zu können wenn du sie brauchst dann könnte sowas ja passieren dass man eine Welke Blume baut weil man da irgendwelchen Unsinn gebaut hat also speziell halt das kommt dann eher aus dem Agilen das you ain't gonna need it also ich finde halt man sollte sich bei der Anwendungsmöglichung extrem stark auf den erst mal auf den Inhalt der Anwendung konzentrieren und erst wenn man eine gewisse Menge und Masse beisammen hat und überhaupt weiß worum es eigentlich geht und was man tut dann kann man irgendwie ans Gärtnern gehen dann kann man gucken okay jetzt räumen wir hier mal auf also da ist Python als Sprache natürlich auch wieder extrem gut positioniert weil also die häufig ich habe jetzt in den letzten Jahren häufig Projekte angefangen mit so ich fange mit einer einzigen Datei an ich baue bei kein Package kein nichts eine einzige Datei keine Dependencies erstmal nur die Standard Library und mal gucken wie weit ich komme um das eigentliche Problem mal so 80% zu lösen was ich eigentlich gerade habe und wenn ich dann weiß worum es hier eigentlich geht weil ich bin ständig dabei dann alle Steine wieder auseinander und zusammen und auseinander und zusammen und vorwärts und rückwärts wenn du da schon zu viel Code angehäuft hast in so einem Moment dann macht sich das halt langsamer und das ist ab einem gewissen Punkt dann auch halt legitim wenn du feststellst so jetzt brauchen wir hier irgendwie einen Plugin für NFS und für Ceph und für S3 und für so jetzt müssen wir anfangen diesen ganzen Code zu restrukturieren dann ist es halt schön wenn man in der Hinterhand hat von was gibt es denn da für Patterns wenn man sowas umstrukturiert also bauen wir da jetzt ja okay guck mal hier passt jetzt irgendwie eine Strategy und da passt noch ein Event Handling System und dann haben wir den ganzen Code irgendwie reduziert dann ist es jetzt so jetzt gefällt es mir aber für mich ist das immer eine Sache das geht erst am konkreten Objekt ich kann mich nicht vorher hinsetzen und sagen so wir bauen jetzt ein neues Backup System wir brauchen einen Observer und ich glaube was eben ganz wichtig ist was bei den Patterns auch also Jagney ist auch kein Pattern nee Jagney Jagney ist eine Methode die aus dem originalen Extreme Programming kam das ist immer wenn jemand sagt ah vielleicht könnten wir nein aber irgendwann nein aber wenn dann in zwei Jahren nein wichtig gegenüber Jagney ist halt wenn wir auf der Ebene bleiben ist immer noch Persistence Persistency means having to say I'm sorry also wenn dieses you ain't gonna need it wird ein bisschen kriegt ein Gegengewicht durch ja aber alles was du als persistente Daten wegschreibst wird dir halt auf Gedeih und Verderb im Nacken hängen ja Code ist flexibel Code ist total easy kannst du umbauen kannst du drehen kannst du wenden solange das Interface das gleiche bleibt alles super aber wenn du es einmal auf Platte geschrieben hast dann kannst du aber wissen dass das sich in zehn Jahren noch verfolgt ja ja und wenn man das richtig gemacht hat dann hat man halt sozusagen auch später noch großen Nutzen der schöne Spruch da an der Stelle ist ja immer irgendwie Daten also gute Daten altern wie Wein ja das ist halt schön wenn man irgendwie mehr gute Daten hat schlechte wie Milch ja Applikationscode wird immer gesagt Applikationscode altert wie Fisch das ist halt genau genau wer hat das geschrieben oh das war ich ah ja ich habe letztens einen Anschluss gekriegt von Jochen unmöglich nee du kannst das nicht machen furchtbar was sieht das denn aus nee das geht aber gar nicht Jochen das ist von dir ja eigentlich gar nicht so schlecht ja naja das passiert auch das passiert durchaus ab und zu ja ja ich glaube an der Stelle auch das ist halt der handwerkliche Teil wieder ähm und jetzt mache ich mal die Schleife wo ich gerade eben hin wollte die die Gang of 4 Leute die haben alle ein extrem gutes Sprachverständnis selber gehabt von der Sprache um die es eigentlich geht mit warum ist das hier ein Problem und welche Mechanik der Sprache steht mir eigentlich im Weg und wie kann ich die halt counter und sowas wie ah wenn ich einen Konstruktor habe dann bin ich halt auf den Typen festgelegt und kann ich das nicht machen nee deswegen müssen wir und ein Beispiel ist halt bei Java ähm das äh Getter Setup Pattern ja wenn du Leute Java Code ernsthaft Java Code schreiben siehst dann bauen die halt für jedes Attribut immer ein keine Ahnung äh Klasse Person Geburtsdatum als Attribut und dann ein Set Geburtsdatum Get Geburtsdatum so warum weil es in Java später wenn du dich mal wenn du mal irgendwie meinst du musst hier was ändern dann hast du keine Chance mehr wenn irgendwelcher Client Code auf Attribute zugreift jemals noch irgendwie da sich dazwischen zu hängeln das ist ein reiner Future Proofing Aspekt und ich sehe immer wieder Leute die die aus der Java Welt kommen die in Python Code schreiben und dann für jedes Attribut eine Getter Setter Methode schreiben und du siehst sofort das ist Java und wenn man dir irgendwann erzählt na Hein es gibt du kannst im Nachhinein eine Property draus machen kannst du machen was du willst dann ist alles schick ja aber nee nee ähm das ist halt da merkt man halt es ist extrem wichtig zu verstehen wie die Sprache selber mechanisch funktioniert weil nur dann diese ganzen Patterns tatsächlich irgendwie Sinn haben oder keinen Sinn haben ähm und das ist glaube ich was was ich halt an der Stelle wieder diesem handwerklichen und sich selber weiterentwickeln mitgeben würde ist wenn man halt so Patterns gerade aus anderen Sprachen halt nach Python transportiert muss man schon immer nochmal extrem gut auf die Suche gehen von hat's hier nicht irgendeine andere Mechanik in Python die das schon überflüssig macht ja wir haben die Dekoratoren wir haben die Konstruktoren wir haben New wir haben äh äh Getter Setter also wir haben wir haben äh Properties äh die ganzen Sachen ähm und die erschlagen viele von diesen anderen Sachen halt ja ja okay also die Gang of Four Patterns habt ihr schon einigermaßen einmal kurz eingekringelt und äh erwischt würde ich sagen ja ja gibt's noch welche über die ihr unbedingt reden möchtet naja es gibt dann auch so ein paar die halt später dazugekommen sind beziehungsweise Sachen wo man nicht so klar sagen kann ist das jetzt eigentlich ein Design Pattern oder sowas wie äh ja MVC weiß ich jetzt nicht ist das ein Design Pattern eher nicht ein bisschen größer keine Ahnung Model View Controller äh ja genau ähm hm schwer zu sagen oder sowas wie ähm Model View Controller ist älter das war nicht das war nicht also Model View ist selber das ist eine das ist eine Anwendungsarchitektur ähm die kam aber 82 83 irgendwann ähm also die war halt schon auch bevor man sich mit dem Begriff Patterns auseinandergesetzt hatte an der Stelle ja kann gut sein ja äh oder oder halt so etwas wie ich glaube die kam aber dann tatsächlich später ähm Datenbank äh so ORM so wie wie baue ich eigentlich ein ORM also sowas äh eben Active Record oder halt Data Mapper Pattern ähm das ist halt auch so tja hm ähm keine Ahnung ob das Pattern sind oder was ist denn das jetzt schon wieder ja das ist halt die Frage wie äh wie man sozusagen ja die Übersetzung macht zwischen äh Sachen die jetzt äh in der Datenbank vor allem in relationalen Datenbanken liegen und halt Objekten in äh in Python beispielsweise und äh das sind halt die beiden unterschiedlichen Dinge also ähm Active Record ist halt das was Django macht oder halt auch Ruby on Rails und ähm Data Mapper ist halt das was SQL Alchemy macht und hat so äh wo ist der Unterschied Naja also ähm du hast du hm kennst du dich kennst du dich mit SQL Alchemy gut aus ich kenn mich ja ich kenn mich halt mit SQL Alchemy aus ich kenn mich wiederum mit Active Record super gut dann mach ich ich lese jetzt grad mal schnell mal wieder dann fangst du noch mit Active Record an Jochen und dann ja also da ist es halt so dass quasi jedes Objekt repräsentiert halt eine Zeile in der Datenbank und die Attribute sind halt die Spalten und ähm genau äh wenn man halt irgendwie Dinge aus der Datenbank holt dann hat man halt eine Liste von diesen Objekten und wenn man die Attribute ändert dann speichert das halt die ja kann man halt sagen auf dem Objekt auf der Zeile halt speichert das und dann geht das halt zurück in die Datenbank und ähm ja genau so so sieht das halt ungefähr aus ähm und äh normalerweise hat man halt eine Klasse die äh jedenfalls ich sag jetzt mal so wie es in Django ist hast du halt eine Klasse die äh definiert welche äh Spalten äh oder es halt in dieser Tabelle gibt also du hast pro äh Tabelle äh eine Klasse und ähm die äh Spalten sind halt Attribute auf dieser Klasse die halt so ein bisschen dass halt diese Deskriptoren-Geschichte ein bisschen eigenartig äh definiert sind und ähm dann kann man halt auch aus diesen Klassen die Tabellen direkt erzeugen auch die äh sozusagen äh ja Relationen zwischen den Tabellen sind halt äh in den Attributen enthalten das heißt ich kann halt wenn ich mir so diese 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 Tabellen hin definiert habe halt auch komplett mein Datenbankschema halt aus den Dingern erzeugen und ähm ja immer wenn einzelne Sachen passieren sollen auf einer Zeile dann sind das halt äh Dinge Methoden auf dieser Klasse äh eine einzelne Instanz ist eben eine konkrete Zeile äh und wenn etwas alle Sachen betreffen soll oder viele Zeilen dann sind das halt sogenannte also Django heißen die Model Manager äh die dann halt irgendwie eine ganze Reihe von Sachen updaten oder halt äh irgendwie Reihe Reihe von Zeilen löschen und so kann man das dann halt aufteilen alle Methoden die irgendwie auf einem auf einer einzelnen Zeile was machen sollen gehen halt in die äh Klasse und äh alle Methoden die halt auf vielen Sachen was machen gehen halt in den Manager auch die jetzt irgendwas filtern oder so ne und dann ja genau so funktioniert es ungefähr und jetzt kommt Sigulagmy ja ähm Data Mapper ähm genau ich habe jetzt selber erstmal noch mir die Active Record Sachen angeguckt das Interessante bei Active Record ist ja dass du relativ klar Tabelle und äh Klasse aufeinander mappst ähm und beim Data Mapper ist es tatsächlich so du entkoppelst es komplett ähm und die Objekte müssen halt also beim Active Record hat zum Beispiel die Klasse gerne irgendwie eine Save Methode wo du sagen kannst ich äh 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 ähnere ein paar Attribute und dann kannst du irgendwie Save aufrufen und dann ist die irgendwie eine Datenbank ähm das ist zumindest das klassische Pattern dafür äh wie es bei Django jetzt gerade aussieht weiß ich nicht ähm so genau und bei SQL Alchem ist es so dass im Prinzip deine Klassen von der Datenbank überhaupt nichts wissen ähm es gibt einen deklarativen Stil bei dem du tatsächlich dann wieder innerhalb da kannst du wieder sagen doch die Klasse weiß was davon weil du es halt eng aneinander koppeln möchtest um solche Effekte zu haben wie dass du deine Datenbank äh anhand deiner Klassendefinition halt ableiten kannst aber im Prinzip gibt es dann zwei getrennte Schichten von einmal okay ich beschreibe hier Tabellen und ich beschreibe Klassen und jetzt beschreibe ich wie diese Tabellen auf Klassen gemappt werden und da können halt auch alles mögliche reinspielen dass irgendwelche Attribute über komplexere Queries erst zustande kommen und dass da irgendwelche komplexen Relationen zu sind und äh et cetera und SQL Alchemy bricht das auch extrem abstrakt runter dass du halt mit den Objekten nativ arbeitest ohne irgendwie über die Datenbank nachzudenken und äh dann äh baut der sich und du brauchst kein separates wenn du viele Aktionen machst kannst du auch einfach auf 100 Objekten rumrechnen und er fasst das nach hinten automatisch in die optimierten SQL Statements zum Beispiel zusammen dass er weiß okay der Herr hat hier 100 Objekte angefasst jetzt machen wir ein großes Update Statement was irgendwie einmal sinnvoll aussieht bumm ähm anstatt halt dann die eher naviveren Varianten von okay jedes Mal Save drücken ist jedes Mal irgendwie einmal zur Datenbank laufen und speichern drücken oder so ähm und da ist es halt einfach viel viel flexibler wenn du das Datenbankmodell entkoppeln möchtest das ist zum Beispiel auch dann wenn du konfrontiert wirst mit ich hab hier eine fertige Datenbank die besteht seit 20 Jahren die muss jetzt hier irgendwie mal rein und dann kannst du mit dem Data Mapper 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 blala es ist Zeit fürs Bett ähm die äh dann kannst du mit dem Data Mapper Pattern ähm nämlich beliebige Transformationen machen äh um zu sagen okay die Datenbank sieht aus wie Kraut und Rüben aber ich hab vorne ein ordentliches Object Model dran so und bei SQL Alchemy ist das Ganze sozusagen wie heißt es so schön auf 11 gedreht ähm da ist es so richtig laut da sind da sind die Abstraktionen so gut gemacht und die haben sich so viel Mühe gegeben was Performance angeht dass so Zeug von du machst komplexere Abfragen und er weiß irgendwie okay wenn ich das jetzt mache dann lad ich schon mal irgendwie die nächsten Relations mit und falte irgendwie die die Relation Objekte schon mal in die originale Sack Query mit rein damit ich nur einmal einen großen Bulk Transfer am Anfang habe anstatt nachher bei jedem Attributzugriff nochmal zur Datenbank zu laufen oder so und das kannst du da extrem genau aussteuern ähm das hat plus 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 1 Queries gegen die Datenbank und das ist natürlich extrem fies und ein Haufen Performance Problem bekommen genau deswegen aber also in Django sagt man dann halt select related oder so genau dann ziti oder prefetch related für n n zu m Relationen und so also das geht auch alles man muss halt ein bisschen aufpassen am Model oder musst du das irgendwann in der Query machen das machst du an der Query genau bei SQL Eigenly kannst du das im Prinzip modellieren da kannst du halt diese ganzen Relationen alle ausdefinieren so mit diesem auch so richtig mit Vor- und Rückreferenzen will ich die irgendwie als Listen oder Dicts kriegen oder als Attribute oder so ein Zeug und kannst dann halt sagen so und irgendwie die Richtung die machst du bitte als Eagerload und die bitte nicht und folgende 10 Attribute bitte im Eagerload wieder rauslassen und das kannst du halt so alles zurecht tunen damit du halt dann möglichst dummen konkreten Query-Code schreiben kannst der über so ein Zeug nicht mehr nachdenkt ja interessant und du kannst bei SQL Alchemy auch sehr dynamisch die haben halt auch eine voll getrennte Schicht zwischen ich hab erstmal dieses Object Mapping Ding und dann hat der nochmal eine komplette Abstraktion über SQL drüber das heißt der kann dann halt die ganzen SQL Dialekte halt auch noch nach unten der hat im Prinzip einmal SQL in Form von diesem Builder-Pattern ja du kannst auch sagen ich hätte gerne eine Query also Query Klammer auf von folgendem gemappten Objekt und dann Punkt ähm Filter äh Punkt Join Punkt hast nicht gesehen immer so Funktions-Chains hinten dran und er baut dir dann nachher tatsächlich einen für die Datenbank die du eigentlich hast also Postgres for MySQL ein syntaktisch korrektes und optimiertes Query halt auf unter Berücksichtigung von allem was er über diese Mapper weiß was er gleich noch als irgendwie Eagerload oder nicht machen soll und du kannst halt mittendrin immer wieder die Ebenen wechseln ja du kannst irgendwie im Object Mapping Teil sein drei Zeichen dann von diesem generativen also dann irgendeine Query mit dem generativen SQL machen da dann aber wieder gemappte Objekte reinstecken und der kriegt das immer so vor und zurück und vor und zurück ähm hat halt das Problem wenn es also es tut sehr selten nicht aber man muss sich halt dann schon relativ viel mit schon gut mit dem relationalen Datenmodell auskennen um mit dieser Komplexität dann auch umgehen zu können weil wenn es dir dann mal um die Ohren fliegt dann kommen da halt auch Fehler raus mit so was will der jetzt von mir ja naja aber wir haben ja wir haben das in Projekten eingesetzt wo es halt teilweise um richtig richtig große Datenmengen ging äh und da dann halt wirklich an diesen Stellen alle Stellschrauben zu haben äh um das gerade zu ziehen ähm das ist halt dann in dem Moment extrem viel wert ja ja und umgekehrt das Active Record wiederum du fängst halt an und hast sofort was was du präsentieren kannst ja das entwickelt sich halt sehr schnell das ist halt super ja und dann ich meine das geht bei SQL ja auch ich meine man kann ja auch immer noch dann einfach auf auf hohes SQL zurückfallen wenn halt irgendwas wenn man gar nicht man unbedingt schreiben muss da haben wir alle Patterns durch tatsächlich also du wolltest noch irgendwas zu Datenbanken sagen ich glaube da gibt es noch so ein Solid Modell oder sowas ja achso das sind ja nicht Datenbanken aber das ist auch so genau ja ich weiß nicht ob das Patterns sind das ist eher so was sollte man wenn man Dinge macht sowieso beachten vielleicht das ist halt auch so eine ganz bekannte Geschichte ich weiß gar nicht ob man es unter Pattern Designprinzip ja was ist das das ist ja ja das ist auch etwas was es gibt ja dieses Buch Clean Code von Robert Martin Uncle Bob gibt es das auch in Python das ist nee das ist ich meine ehrlich gesagt ich bin ja ein bisschen peinlich berührt wenn ich dann irgendwie so Observer Pattern keine Ahnung habe ich schon mal gehört oder so bei den meisten Patterns ist es so ich habe die schon mal gesehen vielleicht irgendwann mal oder auch mal aber so wirklich viel zu tun habe ich mit denen ja eigentlich nicht also dieses ganze ganze Thema kommt eigentlich eher aus so ein bisschen anderen Ecke der Softwareentwicklung und während das jetzt bei so Java Geschichten oder so so halt so ist eben da ist also für Juniorstellen irgendwie wenn man sich da wenn man da im Vorstellungsgespräch ist dann wird da erwartet dass man die alle kennt und ja das wäre dann schon sehr peinlich wenn man sagt also ich habe keine Ahnung was das eigentlich ist aber ja zum Glück mache ich halt ein Java das Interessante ist auch man kann das Zeug ja im Alltag eben nicht so benutzen wie bei jeder Zeile Code die ich schreibe gehe ich nochmal alle mir bekannten Patterns und Prinzipien durch ob ich die jetzt ja nicht verletze so funktioniert es halt nicht du willst ja und deswegen ist Pattern glaube ich auch für unsere Kognition eigentlich ganz interessant du willst aber dass dein Gehirn eine ausreichende Menge von so einem Zeug so dran trainiert hat dass wenn da irgendwie die roten Warnlämpchen angehen du halt weißt Moment jetzt mal nochmal nachdenken warum geht das hier schief damit du dann halt wenigstens weißt wo du googeln musst ja immerhin ich habe über Solid jetzt auch ich habe über Solid jetzt gerade nochmal schnell drüber geguckt denke ich mir oh das ist aber schon ganz schön alte Schule teilweise ja also wenn ich halt Liskov Substitution höre dann so oh ja das Akademiker Herz das ist das L in Solid ja das ist halt auch alles relativ äh alte Geschichte und das macht halt in diesem Kontext von so statisch typisierten Programmierersprachen macht das auch alles irgendwie gewisserweise schon Sinn also durchaus und auch mehr Sinn halt vielleicht als bei Python ähm weil da viele Dinge einfach automatisch erfüllt sind ne also eben ich würde sagen ähm ähm Liskovs Substitution Principle ne das ist ein Design-Thema das musst du selber als Programmierer richtig umsetzen das ist Typ-Theorie äh und das ist die Aussage dass ähm Objekte in einem Programm also aller Programm-Code der Objekte verwendet äh also mit Objekten arbeitet sollte immer in der Lage sein alle Subtypen dieser Objekte zu akzeptieren ohne die Korrektheit des Programms zu verletzen genau also ich würde jetzt mal so als konkretes Beispiel äh wäre wäre jetzt für mich sowas wie äh man macht eine Vorschleife über Mitarbeiter und äh wenn man wenn jetzt man in der Vorschleife so Fallunterscheidungen macht also und nehmen wir an man hat eine Typ-Hierarchie äh es gibt halt irgendwie eine Oberklasse Mitarbeiter und dann äh gibt es halt konkretere äh die halt irgendwie davon erben also weiß ich nicht irgendwie keine Ahnung äh CEO oder irgendwie Senior Vice President Facility Management oder sowas und ähm äh wenn man jetzt aber in der Vorschleife man iteriert über alle und weiß jetzt nicht genau welchen konkreten Typen man hat man weiß nur das sind halt schon irgendwie Mitarbeiter und macht dann Fallunterscheidungen wie also wenn das jetzt irgendwie äh keine Ahnung äh der CEO ist dann machen wir aber folgende Ausnahmegeschichten und wenn wir jetzt zum Beispiel wir wollen Gehalt auszahlen äh wir rufen nicht einfach Gehalt auszahlen Methode auf sondern wir sagen nochmal okay wir machen Speziallogik je nachdem was das denn für ein Typ ist also du weißt schon dass der Senior Vice President Facility Management ein ziemlich stiller Witz ist wieso das ist voll wichtig ähm äh der ähm also dann hätte man sozusagen äh aus meiner Perspektive hätte man jetzt äh eben Lischkopf Substitution Principle verletzt weil äh eben der Code nicht äh funktioniert unabhängig davon was das äh was das für ein Typ ist sondern weil man da noch überprüfen hat ja noch nicht so ganz okay also Spezialfälle zu erlauben ist ja kein Problem es muss bloß die Korrektheit gewährleistet sein aber Beispiel wenn man zum Beispiel sagt ähm der ähm und Korrektheit ist tatsächlich auch immer eine spannende Frage von das gehört für mich auch dazu im Sinne von erfüllt tatsächlich auch nachher für den User was Sinnvolles und du sagst zum Beispiel alle Mitarbeiter müssen äh eine private Telefonnummer haben und bei den CEOs legt man dann fest ne da ist die immer null weil die privaten Nummern der CEOs werden nicht rausgegeben und das ist das würde einem Subtyp entsprechen ähm dann hättest du halt in dem Moment das verletzt im Sinne von ja jetzt machen wir hier mal für Weihnachten die Liste aller äh die Telefonliste der Mitarbeiter fertig und machen die Secret Centers für hier da und den kannst du anrufen um äh noch ein bisschen was abzufragen und plötzlich kommen bei den CEOs halt da keine Telefonnummern raus bist du so ja nee das war jetzt halt kaputt und das ist eine Designanforderung nicht von dem Client Code der damit arbeitet das ist eine Designanforderung von Objekten von Unterobjekten von Unterklassen von Subklassen dass eine Subklasse den Raum der Möglichkeiten erweitern aber nicht einschränken darf ja mh 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 okay das ist L jetzt haben wir noch S O I D das würde ich gerne verschieben ja ich habe vorhin schon meinen Zungenbrecher gehabt und wir haben heute etwas wir haben ja relativ gut zeitig angefangen ja mit dem mit dem Nachteil dass meine Technik heute ein bisschen ja du hast inzwischen durch für dich alleine geredet ja ja und auch bis wir zum Reden gekommen sind dann weil irgendwie hier ja alles gegen mich gearbeitet hat wir machen das einfach zu selten wir müssen das häufiger machen das stimmt sehr gerne wie gesagt von meiner Seite immer immer gerne wir müssen einfach immer sofort den nächsten Termin ansetzen ja das machen wir das ist dann wieder in drei Monaten schön dass ihr aber alle wieder eingeschaltet habt heute ja genau an der Stelle müssen wir uns eigentlich auch wir haben im letzten Monat irgendwie verbasselt aber ich meine es war viel zu tun und so ja es war viel zu tun und es war ein bisschen sehr Corona ja ja eigentlich wollten wir auch zwei aufnehmen das ist wieder was ausgefallen und so ja die Termin-Findungs-Koordinations-Schwierigkeiten kommen noch ja aber wir geloben Besserung das kriegen wir auch schon irgendwie hin genau genau nee dann am besten ja wir sind da wir haben ja auch schon echt viel Geldzeug gemacht dann verschieben wir das mal Solid ist noch ein gutes Thema ja und halt auch noch so diverse Architektur-Patterns halt so Repository-Pattern Unit of Work weiß ich nicht es gibt da ein schönes Buch das sei dann schon sozusagen Vorbereitung aufs nächste Mal CosmicPython.com ich glaube das heißt dann auch tatsächlich wenn man es als Buch kauft also kann man da online lesen CosmicPython ja es ist halt auch Architektur-Patterns vor Python oder irgendwie sowas ist von dem na wie heißt er noch der auch Obase the Testing Goat geschrieben hat und einem anderen verdammt okay weiß nicht mehr genau kann ich eigentlich auch sofort nachgucken Percival Percival ja Cosmos ist die Opposite of Chaos und Gregory bitte Cosmos ist die Opposite of Chaos genau das ist auch einer der Gründe warum ich dieses Pattern-Thema überhaupt irgendwie interessant fand mal darüber zu sprechen weil ich gerade momentan halt auch so zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen eine größere Geschichte habe wo man wo es einfach nicht reicht einfach nur so Django-Modelle zu haben oder irgendwie so sondern wo man das vielleicht trennen muss irgendwie Business-Logik von ja das kannte ich noch nicht und das sieht aber tatsächlich gut aus das sind so tatsächlich die Patterns die ich auch kenne die in Python gerne kommen Unit of Work ist so ein SQL-Alchemy-Ding auch Event-Driven und Message-Buzz klingt gut Commands klingt gut Dependency Injection ist super das klingt interessant das kommt in die Leseliste super dann haben wir auf jeden Fall auch noch eine Menge Stoff für den nächsten zweiten Teil okay ja wir haben einige zweite Teile noch offen übrigens ja ja Async müssen wir auch unbedingt nochmal dran ja ja vielen Dank dass du wieder da warst Christian Conny danke dass ich dir beisegen durfte na klar und ja schön dass ihr alle reingeschaltet habt und gute Nacht guten Morgen guten Abend gute und so weiter dann bis zum nächsten Mal bis dann tschüss tschau tschau tschau